ja mein sonntig herzlich willkommen zurück zu einem neuen display von pd2 rd machen jetzt einfach mal ein paar heiß und schauen wie weit wir kommen Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit Big Bang. Ja komm, apropos, was ist denn der neue Safehouse Daily? Dominate an enemy and kill them using a melee weapon. Ten times. Pfff. Alles klar. Problem ist halt, kann man hier nicht so wirklich bringen. Bei Big Bang. Ich möchte jetzt auch euch ein bisschen Zeit ersparen und nicht die ganze Zeit restarten. Und von daher nehmen wir jetzt mal den Elevator-Trick und gönnen uns zwei Spy-Camps. Damit wäre es dann, wenn man sich hinten halbwegs angestrengt hat. Eigentlich ziemlich leicht. Haben wir oben? Jawohl! Wir haben mal Glück. Letzten acht Mal hatte ich den Scheiß unten. Das ist extrem scheiß, dann wieder rauszustecken, dann den PPC zu aktivieren. Und? Ah, hm. Gut, der Spot für unser Vault, das könnte besser sein. Aber ich will mich jetzt nicht beschweren. Wenn wir es gut machen, dann schaffen wir es ganz easy. Ahem. Also oben rechts ist besser als unten links. Definitiv. Gut, hier haben wir eine Guard. Da oben haben wir auch noch einen. Und hier direkt den Server. Sehr gut. Weil ich sagen muss, dass der Server hier unten eigentlich ziemlich nutzlos ist. Also, am besten wäre es gewesen, hätten wir den oben gehabt. So oben bei den Offices. Weil der hätte ich halt die Leute ziemlich leicht wegholen können. Halt einmal kurz schlagen und dann halt reinholen in den Raum. So hätten wir dann halt unsere vier Civis holen können, aber was soll's. Laser brauchen wir echt nicht zu deaktivieren, das wäre einfach nur eine Verschwendung von wertvollen Keycards. Ich muss sagen, ich schiebe immer ein bisschen Panik, wenn ich hier unten bin. Da man halt nie weiß, wann der nächste Civis ankommt. Nein, da machen wir mal kurz den Abflug. Ah, man hat ja Zeit. Fangen wir uns doch mal an, wo der PC ist. Vielleicht haben wir Glück und er ist wirklich unten, oder? Hört sich nach oben hinten an. Also, dort wo er gerade ist, da über ihm ungefähr in die Richtung sollte der PC sein. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie gesagt. Allein ist das immer ziemlich nervig, das herauszufinden. Na? Komm ich? Ja, komm ich. Okay. Die Bodypacks hab ich übrigens mitgenommen. Wenn alles nach Plan läuft, werden wir hier vorne nicht gespottet, wirklich gar nicht. Und können uns dann hinten vier Guards wegholen. Dann haben wir noch einen Roamer und da wir ja auch noch Spycams dazu haben, ist dann hinten quasi schon ziemlich sicher. Oh, nice! Das heißt halt nur aufpassen, dass ich nicht in jemanden reinrenne. So, wie jetzt gerade fast. Okay, da ist der Bankman. Oh, da ist die alte. Da ist die schwarze. Ja, ich denke, man könnte jetzt probieren, hier hochzugehen. Ja, so weit zu safe. Ja, okay, die alte geht runter, das ist gut. Und die Keys haben uns auch noch mit hier hingegeben. Payday? Dankeschön. Also ich kann mich jetzt nicht gerade beklagen, was das RNG gerade angeht. Also PC unten geht eigentlich. Letztens musste ich tatsächlich sogar neun PCs hacken. Ja, das ist möglich. Fragt mich nicht wie, aber ich hatte oben fünf und unten vier. Und ich hab halt zuerst oben gemacht. Oben war es nicht. Und dann hab ich unten wieder den letzten PC gehabt. Das muss auch erstmal einer hinkriegen. Warum knack ich überhaupt? Ich brauch die Keycard eh nicht. Das Einzige, wo wir jetzt ein bisschen aufpassen müssen, ist, dass wir dann safe zurückkommen. Da hinten, da mach ich mir keine Sorgen. Ich mein, wir haben da hinten zwei Spycams und wir haben den Code, also der schwierigste Teil ist geschafft. Wir können halt jetzt sobald der Anruf durch ist, können wir uns ja zum Beispiel auf dem Dach oder so verstecken oder vercampen, was weiß ich. Aber da haben wir dieses Mal Glück gehabt. Apropos eins. Aber das sieht gut aus. Das sieht wirklich gut aus, auch mit dem Pattern auch. Ja. Stimmt. Ja, das war ein Zivi. Ja, Zivi. Ich weiß nicht, zwei Zivis sind eigentlich schon ziemlich praktisch. Aber muss jetzt nicht sein. Ich bin auch mit einer Gar zufrieden. Die Oldie kommt. So sollten wir aufpassen. Gut, das war das Telefon. Wer da braucht der Scheiße? Oh, ne, der ist die alte. Das sieht aus, als ob das gleich durch ist. Und das sieht aus, als ob wir jetzt zwei Zivis bekommen haben. Das ist doch nicht so schlecht. Weil im Notfall können wir ja immer noch die Zivis runterscheinen und im Büro unterbringen. Aber es sollten eigentlich nicht, wir sollten es nicht so weit kommen lassen. Natürlich könnte ich jetzt auch was machen wie ein Pacifist Run oder so. Just for fun, aber warum sollte ich? Es ist ja nicht schwer, wenn man es so macht. Es ist tatsächlich schwer, das habe ich bisher einmal geschafft. Das war nur mit dem Elevator Escape, ansonsten auch keine Spy Camps und da habe ich den kompletten Pacifist Run gemacht, auch mit 23 Taschen plus ATM und alles, aber muss nicht unbedingt normal sein. 3, 1, 2, 3. Keys haben wir. Im Prinzip passt alles. Gut, ich muss nur schauen, dass ich jetzt als nächstes direkt den ATM lockpicke, sonst vergesse ich das vielleicht sogar noch. Und wenn eine Grathe die Treppe runterkommt, können wir sie ja direkt abknallen. Sie ist günstig, ne, schade. Schade, wäre aber eine gute Gelegenheit gewesen. Oder kann ich immer hier weiter gestatten. Jetzt wäre es schein... na, perfekt. Jetzt wäre es blöd gewesen, weil dann hätten wir weitere 30 Sekunden nochmal knacken müssen. Wenn jetzt einer runterkommt, kann ich doch gemütlich zu Ende knacken. Hier haben wir ja auch keine Cam, also von daher ist es auch ziemlich safe. Und das sind dann also unsere 5 Guards. Schnell den Scheiß hier aus dem ATM holen. Und jetzt können wir nach oben und den Mist aktivieren. Wobei da gerade einer hochkommt, das war nicht ganz so günstig. Geht, gehen wir hier runter. Passen. Uff. Bitte. Das war dann sogar etwas knapp. Könnte knapper sein, aber könnte auch besser sein beim nächsten Mal. Also wie gesagt, jetzt ist es nur noch da drüben, das zu holen. Dann kommt nochmal der meiner Meinung nach mit schwierigsten Teilen mit dem PC. Und sobald wir den PC haben und da vorne komplett durch sind, fangen wir hier hinten an, die gerade zu dezimieren. Aber einen können wir schon mal wegholen. Denn wie ihr wisst, einmal ist keinmal und außerdem da hinten können wir maximal zwei Pager verbrauchen, sag ich mal. Geht der hin? Ich hoffe mal... Okay. Nee, passt. Passt. Ich war gerade kurz in Sorge, dass der zu uns kommt, aber das geht ja gar nicht. Das erlaubt ja das Movement der Garze nicht. Wenn der von da oben kommt, geht er höchstens die Treppe herunter. Ich würde sagen, danach machen wir einen chilligen Diamond, beziehungsweise The Diamond, wie Bane immer so schön sagt. Letzten fünf Male, als ich die Big Bang geschafft hatte, habe ich dann verkackt, als ich im Diamantenraum war. Einmal hatte ich bisher sogar nur zwei Gards gekillt und trotzdem habe ich alle drei dann gleichzeitig gespottet, da war es dann auch vorbei. Sobald wir den Diamanten haben, ist es dann aber auch eigentlich quasi gesaved. Ich will jetzt wieder nichts irgendwie sagen. Wie gesagt, es kann einiges schief gehen. Jetzt müssen wir auch schauen. keiner da. Okay. Da kommt der Zivi, verdammt. Äh, nein, sagt man ja nicht, tut mir leid, also da kommt gleich der Zivi. Ich muss aufpassen. Wo ist der? Da ist eine Guard. Ah, Mann, das ist dann ein Pager weniger hinten. Schade. Aber was sollst, hatte ich letztes Mal auch schon. Also so, so tragisch ist es jetzt nicht. Drei, eins, zwei, drei. Schade. Schade, schade, da habe ich ein bisschen rumgenubt, aber, was soll's. Zwei Grad sind immer noch ziemlich wenig. Ich sehe drei und da hinten ist Nummer vier. Okay. Na gut, an dem komme ich jetzt nicht unbedingt gerade gut vorbei, da der sich ja hier gerade sehr schön hingechillt hat. jetzt werde ich gespottet, oder? Ja. Aber der Vault ist open. Äh, der Tresor wird geöffnet. Ich will ja nicht rumdenklichen. Und wir haben nicht mal die Camp hier, das ist noch besser. Das ist glaube ich das erste Mal, dass ich hier nicht die Camp habe. Wir haben jetzt alles Kies und... Ach ja, stimmt. Da können wir jetzt ja endlich anfangen, wirklich die Guards zu dezimieren. Vier Guards sind ist ja noch hier hinten. Dann sollten wir bei Gelegenheit mal anfangen. Ja, einer war da oben. Okay. Also wenn wieder einer hier ist, oder da hinten, wo er jetzt gerade ist, bei der Treppe, dann können wir ja mal einen wegholen. ich glaube auch bevor ich hier wirklich irgendetwas richtig mache, dann werde ich erst noch die anderen beiden wegholen. Oder? Soll ich? Soll ich es nicht? Ich weiß es nicht. Na, drei Guards hier hinten, ich weiß, na, vier, hm. Man könnte jetzt halt höchstens schauen, dass vielleicht einer von denen irgendwo hingeht, wo man den dann wirklich gut wechseln kann. Also wie gesagt, hier zum Beispiel. Das wäre so der Plan. Das wäre so das Optimum. Aber mal schauen. Vielleicht wird ja doch alles ganz anders und wir haben jetzt Pech mit dem RNG der Guards. Okay. Nicht okay. Aber er geht ins Office. was ist ja eigentlich der Über-Safe-Placement abzusnacken. Da, wo er jetzt steht. Ah, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Puh. Das war sogar einigermaßen knapp und hat mir aber ein bisschen Glück. Aber wenn jetzt einer von da oben gekommen wäre, dann hätte ich ein Problem gehabt. ist bestimmt voll traurig jetzt hier, dass ich noch probieren muss, die letzte Guard auch noch wegzuholen. Gut, wir sollten vielleicht doch erstmal in den Vault reingehen und dann bei Gelegenheit dann die vierte Guard wegholen. Mal schauen. Äh. Warum habe ich immer dieses behinderte Vault-Setting? Das mit den zwei Türen wäre einfach besser. Ich verbringe so viel Zeit meines Lebens immer, damit die scheiß Türen aufzumachen, weil ich nie Glück habe dabei. Aber gut. Ich habe bisher auch nur viermal geknackt. Guckt mal, beim fünften Mal geht es ja schon auf. Das ist doch Wunderbärchen ist das. Sagen wir das mal so, also der beste Vault von allen ist eigentlich unten rechts. Weil da hat man keine Guard, die sich halt direkt vor den Scheiß stellt und dann halt blöd rumsteht und AFK ist und und und. Von daher, unten rechts wäre natürlich besser gewesen, aber ich bin auch glücklich über oben rechts, solange ich dich wie beim letzten Mal unten links habe. Ist das eigentlich alles vollkommen legitim. unten links ist halt ein bisschen nervig, weil sich sehr oft gerade da AFK hinstellen. So, den haben wir jetzt wahrscheinlich wieder direkt hier neben uns, oder? Ne, haben wir, doch haben wir. Ist noch dieses Loch da eigentlich? Ja. Immerhin, früher konnte man hier den Bodyback zwischen den Scheiß setzen. Die Türen haben wir noch. Zwei wahrscheinlich, oder? Ja. Dann fange ich schon mal an, die Wechselsicherheit zu bringen. Oh, nein! Nein! Oh, wieso nicht ein bisschen früher? Das wäre jetzt unsere vierte Guard gewesen, der kam gerade von diesem Spot, habt ihr das gesehen. Und er kommt perfekt. 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 Dann war das jetzt unser vierter Pager. Und wir haben die Nummer der Gards auf zwei reduziert. Einpacken nicht vergessen. Und dann können wir jetzt anfangen, wirklich loszulaufen. Also, wirklich loszulaufen ist jetzt mal relativ, denn wie gesagt, bei zwei Gards hier hinten plus zwei Spycam sollten wir jetzt nicht mehr verkacken, aber natürlich können immer noch unfeuergesehene Ereignisse passieren, die uns teuer zu stehen kommen. Wieso stellt er sich da hin? Na gut, solange er da steht, kann ich ja schon mal hier unten weiterknacken. Der wichtigste Spot wird ja dadurch gecovert, dass ich die Spycamps gekauft habe und von daher sollten wir eigentlich, sag ich mal, jetzt durch sein. Wie gesagt, eigentlich. Na gut, dann würde ich sagen, bringe ich zuerst mal das Gold in Sicherheit. Man weiß ja nie. Obwohl es eigentlich keine Probleme geben sollte. Wenn ich nur um Konjunktiv spreche, dann natürlich. Es kann immer was passieren. Ich hatte es auch schon, dass ich 22 von 23 Taschen beim Basic Escape draußen hatte und dann mit der letzten Tasche in der Gards reingerannt bin, aber schon vier Pager weg hatte. Bei Big Bang mache ich das eigentlich immer so, dass ich vier Gards weghole und dann halt mit dem Rest weiterstallefe. Weil ich sehe es mir nicht ein, dass es irgendwie ein bisschen schwieriger zu machen, dann Gards nicht zu töten, wenn ich sowieso noch Pager habe. Zum Beispiel, dass Spycamps hatte. Problem war halt, die Garde kam vom einzigen Spot, den ich nicht gut gecovert hatte und ich bin voll reingelaufen und naja. Also steht jetzt einer wieder hier im ATM-Raum. Ja, ich schätze mal, wir sollten bei, ich sag mal, zwischen 30 und 40 Minuten durch sein. Und wie gesagt, dranbleiben, als nächstes gibt es doch gleich den Diamond hinterhergezwungen. So, einer hier. Und der andere dürfte immer noch im ATM-Raum sein. Ja, da ist er. Ich nehme an, er wird da hochgehen und er wird in den ATM-Raum gehen. Ja. Dann werde ich diesen Weg wählen. Nee, ich sollte, genau, ich wollte mich jetzt schon fast die Treppen herunterlassen, aber das wäre unklug gewesen. Hätte nämlich nicht er mich gespottet. Ich bin jetzt sogar fast so dumm, um noch in den Rhein zu laufen. Alter. Nichts overhasten. Man hat ja die Zeit. Bei Zweigards könntet ihr übrigens euch tatsächlich in den ATM-Raum reinstellen und den ATM von da lockpicken, aber meine Empfehlung ist, lasst es. Ihr kriegt nur auf die Fresse, wenn ihr das so macht. Schau, Gott. Ich bin verwundert. Wo ist... Da ist die zweite Garde. Okay. Dann ist... Dann ist safe. Das Schöne ist halt, sobald ihr hinten relativ frei geholt habt, könnt ihr einfach quer durch die ganze Map jumpen und halt schnell alles reinwerfen. Ohne Probleme. Gut, er geht jetzt runter, wenn ich das richtig sehe. Oder? Nee, er... Ah, er kommt zu uns. Er kommt zu uns. Okay. Aber wir machen uns gut, Leute. Also 20 Minuten und schon den Großteil der... Na gut, der Großteil schon eigentlich. Das Gröbste ist draußen, sagen wir so. Gut, während der hier wieder rumsteht, kann ich ja schon mal hier unten den letzten aufmachen. Ich meine, da haben wir nur vier Türen. Ich hatte es auch schon teilweise, dass ich acht Türen hatte und mehr. Das macht einen Spaß, vor allem, wenn man so wie ich sehr oft, sehr, sehr oft lockpicken muss. Auch einer meiner... Heists, sagen wir es mal so, einer der Heists, den ich eigentlich gerne spielen würde, wo ich aber einfach keinen Nervenbock drauf habe, ist Golden Grin. Ich kann Golden Grin nicht ausstehen. Ich habe den Heists einmal gemacht auf One Down und dann nie wieder. Zum Beispiel einer meiner Kumpel, das ist der einzige Heist, den er richtig stafen kann. Er kann nur Golden Grin, alles andere. Da ist der mehr so, ich sage mal, vorsichtig eine Pflaume, aber im Golden Grin, da macht ihm keiner was vor. Das ist wie ich mit fast allen anderen Heists. Da... Er first tritt eigentlich Golden Grin immer. Genauso wie halt ich schon die meisten Heist. Also, ihr habt es ja gesehen, das ist jetzt gerade die erste Aufnahme von Golden Grin. Äh, Golden Grin, Gott. Äh, von Big Bang. Und wir sind ja schon so weit so durch, also... Zumal, ich müde mich. Ja, husten, wenn man gespottet, wird es nicht gerade günstig. So, jetzt aber. Und nächst wird es dann wieder dauern, diese zwei Deposit-Boxen zu lockpicken. Ich glaube, das erspare ich euch. Also, ich werde es dann fast vor Ort machen, weil das müsst ihr nicht unbedingt sehen, wie ich da meine fünf Minuten dran sitze, bei zehn Minuten insgesamt. Ich werde zehn Minuten einfach nur da sitzen und scheiß Boxen lockpicken. Also, das erspare ich dann euch, falls das Video natürlich online geht. Falls, das ist immer so die Sache. Aber wie gesagt, falls es online geht, dann erspare ich euch das natürlich. Dann werde ich da fast vor Ort machen, sodass wir uns dann wiedersehen mit dem richtigen Commentary, wenn ich gerade das letzte Schließfach gelockpickt habe. Ja, wie soll es besser hier lang gehen? Ich habe ja früher immer darauf bestanden, den Basic Escape zu nehmen, aber wenn ich mir jetzt mal so überlege, wie man da eigentlich spielt, wenn man den Elevator Escape hat, bin ich echt ganz schön blöd. Der Basic Escape ist ja eigentlich sogar schwerer. Späte Lebenserkenntnis. Aber an sich finde ich, wenn man ein gutes Setting hat, muss ich ehrlich sagen, empfinde ich beide eigentlich sogar als relativ gleich schwer, wenn man nicht gerade alles wegholt, was nicht nid- und nagelfest ist. zum Beispiel hätten wir jetzt nicht vorne, halt Pech, dass ich da gespottet wurde, noch die zweite Guard weggeholt, dann hätten wir hier nur noch einen einzigen Roamer gehabt. Und bei einem einzigen Roamer, das ist quasi wie zwei, das ist nix. Also, wir sollten das schon schaffen. Wie gesagt, diese Sachen, dass ich nur noch einen Roamer hatte, ich jetzt schon mehrmals. dann haben wir es sogar gleich mit den Geldtaschen geschafft und haben sogar noch einiges an Zeit. Das heißt, einiges an Zeit, man hat unendlich viel Zeit. Der beste Beweis ist das Video von Commander CH, der First World Bank Overdrill ohne den Shortcut-Event gemacht hat, wo ich einfach nur sagen kann, es gibt halt Leute, die wollen halt einfach Schmerz, die wollen es halt einfach wissen. Aber gut, es geht so aus, als ob wir bei den letzten Mal in Taschen angekommen sind, damit hätten wir schon mal 15 Taschen safe da hinten. Down below in the Elevator shaft. That's good. Ja, und dann als nächstes heißt es für mich Langeweile für euch natürlich dann mehr oder weniger einfach nur kurz zugucken. Also, ich hoffe, das wird euch nicht zu sehr an Augenkrebs dran hauen. Wem ist das ja aufstößt, der kann ja dann wechseln, wie gesagt. Ich bin da relativ moderat. Und ich sollte eigentlich The Diamond vor The Big Bang machen. So oft wie ich jetzt schon hinten in diesem Scheißraum verkackt hab, das kann man echt keinem mehr erzählen. Gut. Tasche Nummer 15. Auf geht zu den Depositboxen. Zehn Minuten Langeweile für mich. Für euch wahrscheinlich nur zwei. Dann sehen wir uns gleich wieder. Okay. Ja. Dann sehen wir uns mit. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Willkommen zurück bei meinem kleinen Versuch. Also wie ihr seht, ich habe jetzt alles fertig, wenigstens etwas. Aber von der Verteilung her hätte es genau andersrum besser sein können. Drei Geld und, äh, fünf Geld und drei Gold wäre mir lieber gewesen als drei Geld und fünf Gold, aber was soll's. Besser, ich weiß nicht, ob wir jetzt Glückspilze sind oder Pechvögel, weil natürlich wir kriegen mehr Loot-Payout am Ende, aber es dauert auch entschieden länger, den Scheiß her wegzubringen. Wenn ich hier sehe, dass die Bahn frei ist, sollten wir ja diese Gelegenheit auch gleich beim Shop verpacken und direkt das erste Gold mitnehmen. Wenn ich mich jetzt richtig... Ja, gut. Ja, dann können wir nämlich hier gleich unten durch den ATM-Raum. Man braucht nicht so sehr viel länger mit Gold als mit Geld, aber es ist halt ein bisschen blöd, weil wenn man dann einmal in einem Scheiß-Spot ist, dann hat man halt direkt die Arschkarte. Ich frage mich immer noch, wie ich es geschafft habe, fünf Gold zu kriegen. Was ist das, fünf Gold und drei Geld? Weil normalerweise ist es entweder umgekehrt oder ich kriege gleich fünf Gold in beiden. Aber fünf Gold und drei Geld hätte ich, glaube ich, noch nie. Und der hat ja gesehen, wie oft ich Big Bang gespielt habe. Etwas oft. Und eine Million und 66.000 Insta-Cashen, das geht doch. Wo geht der lang? Es gefällt mir nicht, wie und wo er lang geht. Also wie er geht und wo er lang geht. Ich nehme mal nur einen Geldbeutel. So, die andere Gart dürfte jetzt oben rechts sein, ja. Sich da hinstellen. Na, und er stellt sich natürlich wieder genau da hin. Mist. Und deshalb können wir einmal das Gold nach oben bringen. Er geht jetzt... Ja, er geht runter. Okay. Na, dann sollten wir, wie gesagt, besser nichts überhasten. Und langsam und safe alle Taschen rausbringen. Denn, wie gesagt, Zeit hat man immer bei Big Bang Stealth. Das ist aber wirklich das Einzige, was man immer hat beim Stealthen. Zeit. Massig Zeit. Kein Zeitdruck. Man weiß genau, dass, wenn man sich jetzt irgendwo verkämmt, nicht gerade unbedingt was Schlimmes passiert. Also gut, dass er dann gleich von drei Bulldozern überrannt wird. Also gut, einer unten im ATM-Raum. Und einer auf dem Weg nach hinten. Ah, ich gehe mal zur Sicherheit den Weg hier außen rum. Okay, er bewegt sich. Der kommt in unsere Richtung. Gut, dann bringen wir jetzt besser, solange er noch da hinten ist, die letzten beiden Goldtaschen weg. Und dann erfolgreich direkt zu liefen. Können wir hier ne... Ja, können wir. Sieht es nämlich ziemlich gut aus mit unserem Loot. Es stehen momentan noch eine Goldtasche. Oh! Und natürlich fasst der Fuck-Up auf dem Plan. Also einmal Gold und einmal Geld haben wir jetzt noch. Gut. Da kommt der andere auch noch. Das ist hier, wir werden hier überrannt von Garz. Na, das Beste, also Gold kann dann ganz zum Schluss. Wenn ich das richtig gesehen habe... Ja. Auf, auf zur letzten Tasche, jetzt ist es gleich soweit. Wir haben Big Bang' first tried. Ich kann einfach nicht singen. Vor allem nicht mit Erkältung. Na, okay. Aber nevermind. Wir haben es. Jaja, wir haben es fast mit der letzten Tasche Gold noch verkackt. Sehr gut Spiel. Boah, hätte ich rum geflamed. Hätte ich rum geflamed. Insta-Rage-Quit. Also das heißt noch Bad und dann Insta-Rage-Quit. Also 23 Taschen, Payout dürfte auch nicht so schlecht sein. Pff, von daher. Auf geht's. Ich hatte gestern einen ziemlich guten Try, bei dem ich Framing frame und Big Bang halt am Stück geschafft habe. Dann hätte ich halt nur noch den Diamond schaffen müssen. Dann wäre es ein bisschen mein Anfangsziel erreicht gewesen. Hatte 17 Artefakte bereits safe. Hatte noch zwei im Diaraum plus halt den Dia zu holen. Dann habe ich jetzt verkackt, in den Diaraum hinten rein zu kommen. Und hatte bis dato nur zwei Pager und habe es dann verkackt. Das war so bitter. War gut. Haben wir es auch geschafft. Es dauerte 200 Jahre, aber die Benevolent-Bag hat letztendlich gebrobt. Ausstattungsvolle Arbeit. Ich gebe dir das beste aus mir. Das beste aus mir. Gut, bevor ich euch weiter mit schlechtem Gesang zudröhne, sollten wir direkt in den nächsten Heist gehen. Ohne Umschweife. Ja, den Diamond habe ich nicht so gerne und so oft gemacht wie Big Bang. Also Big Bang war eindeutig immer besser. Fragt mich nicht, wieso. Aber Big Bang ist einfach Big Bang. Big Bang macht Spaß. Big Bang ist der beste Stellfreie. Bester. Und natürlich bei Big Bang habe ich FPS-Probleme. Ich kann nicht konstant mit 60 FPS aufnehmen. In 1907, trust me. You will find a smart disk. It is done. Yes. Let's put this boat in. Okay. Auf geht's. Ja. So, dass ich das Terminates-Teil gekauft habe. Normalerweise habe ich jetzt keine Gartenhäuser. Da habe ich mich halt über drei Punkte gejagert, aber... Pff. Drei Punkte kann man sowieso verschwenden. Also, wenn ihr es so macht wie ich, dann passt das eigentlich. So, hier ist nämlich dann die... Leiter. Am Ende werden wir sowieso durch den Haupteingang wieder raus. Von daher hätten wir auch irgendwo anders ansetzen können. Aber ich mache es halt einfach lieber hier. Ich mache der Gewohnheit. Okay. Wenn wir das kalt machen, müssen wir ein paar dieser Alarm-Systeme verhindern. Schau her. Search das Museum. Find die Searchboxen, die Sicherheit haben. Dann sind wir zumindest schon mal im Museum. Haben direkt das Anfangs-Artefakt geholt und... Machen uns direkt mal auf den Weg in den ersten Bereich. Okay, eins. Hier ist zumindest schon mal ein Outerfakt. Und ein Zivis. Zwei Zivis. Aber solange ich noch nicht die Camps disabled habe, sollten wir auch nicht wirklich hier unten aktiv werden. Da das Risiko, dass wir gespottet werden von einem Zivis, der dann eine Kettenrechte auslöst, die am Ende eben gespottet werden, von der Kamera mündet, sollten wir, wie gesagt, nicht auf Andi riskieren. Zumindest möchte ich die Kameras mal deaktivieren. Wir können später immer noch mal nach unten gehen und uns dann hier ein Zivis holen für seine Keycard. Aber wir haben auch gerade kein Glück, was das Hochgehende hier angeht. Aber jetzt dürfte frei... Ja, jetzt ist frei. Und dann haben wir zumindest schon mal eine Elektro-Box. Vorher sollten wir vielleicht noch das Artefakt entsorgen. Da war ich gerade kurz erschrocken, tut mir leid. Also, wie gesagt, sie sollte es sein, zumindest jetzt hier erstmal, den Diamond zu schaffen als nächstes, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, was ich mache. Ich wollte eigentlich Framing-Frame machen, aber nachdem ich jetzt dreimal hintereinander einen desaströsen Fail am Tag 3 hatte, habe ich mir gesagt, nee, brauchst du nicht noch mal. Oh, sehr gut, wir haben die Security. Das ist nice. Nice. Also, wir können uns zwei Fehler erlauben, beziehungsweise einen mit zwei Guard 2. Ich werde auf jeden Fall, wie ich ja schon gesagt habe, die Linie habe ich jetzt weggeholt. Und ich werde auf jeden Fall diese Guard, das Bindungsglied zwischen den zwei Räumen da hinten, wegholen. Okay. Und als erstes holen wir uns mal alles, was im Blau drin ist. Das dürfte es gewesen sein, wenn ich das richtig sehe. Ja, dann sind wir hier bei Blau auch soweit, so gut. Also, in Anführungszeichen jetzt, ne? Der Sack kommt hier tatsächlich rausgelaufen. Interessant. Gut, bevor wir hier weitermachen, sollten wir uns die beiden Artefakte, die hier noch übrig sind, holen. Und zumindest schon mal in einen sicheren Platz bringen. Als nächstes holen wir uns dann hinten im Gemälderaum die zwei Gemälde. Plus wahrscheinlich, wie gesagt, wahrscheinlich. Nicht garantiert, aber wahrscheinlich, wie ich sagte, die Elektrobox. Und die zwei Gemälde natürlich. Und, nicht zu vergessen, ein Bodybag. Also, jetzt haben wir drei Bodybags und das ist die exakte Anzahl an Kills, die wir noch machen sollten. Ach, du Scheibenkleister. Wie bin ich denn um dich rumgekommen? Da hatte ich jetzt gerade zweimal mehr Glück als verstand. Also, Leute, wir hatten jetzt einmal Glück und das war's dann auch. Mehr werden wir nicht mehr kriegen. Jetzt heißt es, richtig, richtig aufpassen. Ach ja, und unten in Rot waren wir auch noch nicht. Also haben unten noch nicht alles weg. Na, da sollten wir aufpassen. Nach Gelegenheit jetzt nicht direkt den Zivi mitnehmen. Das wäre ungünstig. Und dann könnten wir hier noch zumindest mal ein Artefakt wegbringen. Wir wissen ja, dass wir noch mindestens ein... Komm. Alter. Wenn der mich schon so bereit will, ich hier... Bittet ihn zu schlagen, dann... Nehme ich diese Aufforderung doch gerne an. Sehr gut, die Keykarte haben wir jetzt. Äh, die Keykarte haben wir jetzt. Ansonsten... Dürfte es das hier unten gewesen sein, habe ich so das Gefühl. Zumindest kann ich jetzt kein weiteres Artefakt entdecken. Das hier ist keins, das ist keins. Ne, haben wir hier unten alles. Okay. Dann sind wir so weit, so gut hier unten auch relativ weit gekommen. Dann heißt es jetzt, die letzten Laser zu disablen. Äh, die letzten Laser. Dann heißt es jetzt, die Laser disablen. Beziehungsweise dafür zu sorgen, dass wir es in den gelben und grünen Raum schaffen. Wenn wir Glück haben, haben wir so ein 3-Artefakt an der Wand. Meine Sorge ist halt folgendes. Und zwar... Es gibt mindestens 16 Artefakte ohne Diamond. Mindestens. Also... Weniger ist so weit, ich weiß, auch nicht möglich. Maximum dürfte, soweit ich weiß, 21 sein. Aber 21 ist ungefähr so wahrscheinlich, wie bei GO Bank, nicht die Gen, diese Extra-Gards zu kriegen. Also 21 da, äh, hier hatte ich bisher ein einziges Mal. Und das war in dem Run, wo ich, ähm, No Assets gemacht habe. War auch schön. 21 Taschen, alle so durch den Vordeingang rauszutragen, aber gut. Kann man ja mal machen. Gut, die Laser sind down. Dann sollten wir uns als nächstes direkt da drinnen um die Guard kümmern. Sobald wir die Guard da drinnen haben, hauen wir unsere Keycard rein. Beziehungsweise sobald wir die Guard gekillt haben und falls jetzt Ziv da drinnen ist, den Ziv safe gebracht haben, hauen wir unsere Keycard rein. und schau mal, dass wir die Sachen wegbringen. Lasst mal schauen. Sieht aus wie zwei. Tut mir leid. Dann sieht es jetzt auch so weit, so gut für uns aus. Die, ich sag mal, die hartesten Räume haben wir jetzt hinter uns. Jetzt heißt es nur aufpassen, dass wir die Guard an einem guten Punkt wegholen. Am besten wäre es hier in diesem Zwischengang. Schau. Schnell das zweite Artefaktum und uns zurückgehen. Und dann können wir ja aktiv werden. Ich vermute, dass wir kein Ziv haben und wir uns noch mal ein Ex- Oh, doch, wir haben ein bisschen gut. Okay, wir brauchen die Keycard und sie überprüfen. Sicherheit hier ist zu nahe Level, um diese zu haben. Also fokussiere auf den Zivillen und die Forscher. Ich bin ziemlich sicher, dass ein paar von ihnen die Keycard tragen. Geht her! Gut, jetzt sollten wir so schnell wie es geht die Zivillen wegbringen. Ich zeige euch da auch gleich mal einen Safe-Spot, wo ihr den Zivillen immer hinbringen könntet. Und je nachdem, wie hartnäckig ihr seid. Der Zivillen ist dort auch safe, wenn sein Kopf nicht in der Wand ist. Das ist der Standard-Spot, den ich immer nehme. Der habe ich noch kein einziges Mal im Stich gelassen, selbst wenn er in diese Kontroll-Guard reinkommt. Und zwar dort, wo ich jetzt auch den Body-Back hingeschmissen habe. Hier ist der Zivillen absolut safe. Ihr könnt sehen, sein Kopf ist nicht in der Wand, der ist genau dort in der Ecke. Und ja, nichts passiert. Wir sollten jetzt bei Gelegenheit erstmal keine weiteren Artefakte hier cutten. Da ich nicht weiß, ob die Kontroll-Guard schon jetzt kommt oder erst wenn wir drin sind und die Keycard reingehauen hat. Es geht ja beides. Also wir sollten jetzt erstmal gucken, ob wir hier überhaupt lang können. Das ist das Wichtigste. Und ich habe nur 50 FPS, Leute. Es ist nicht mehr normal. Das ist ein Trauerspiel. Ich glaube, das ist die Guard. Oder? Der dürfte nämlich gleich umdrehen. Aber ich weiß es nicht sicher. Da habe ich jetzt 10. 10 ist akzeptabel. Also ich schätze mal, wir werden bei... Ich schätze mal 15 bis 16 rauskommen. Natürlich wäre es optimal, wenn wir keinen einzigen... Übrigens, die Guard wird dann erst kommen, wenn wir da drin sind. Entweder kommt sie nämlich während des ersten Times oder während des zweiten. Danach geht nicht. Also entweder haben wir ein, zwei oder drei Artefakte im Diamantenraum hinten. Mehr wird es wahrscheinlich nicht werden. Das wäre höchst unwahrscheinlich. Oh, apropos. Den sollte ich aber noch spotten. Nicht, dass ich gleich in den rein renne. Wir sollten mit grün anfangen. Das ist der weiteste Weg. Das sieht aus wie eins. Ein Artefakt haben wir. Und dann heißt es, wir haben mindestens eins hinten beim Diamanten. Ja. Eins. Ich werde jetzt auch nichts rankommen lassen. Ich werde das hier absolut smooth und safe spielen. Weil ich nicht schon wieder so eine Situation haben will, dass ich dann, sobald ich den Diamanten habe, verkacke. Falls ich wieder ein Uns... Ich habe bisher übrigens jedes Mal entweder unten links oder unten rechts gehabt. Also in diesem Mittelbereich diese zwei Artefakte. Wenn das der Fall ist, werde ich als zuerst den Diamond wegbringen. Und werde mich dann erst um diese Artefakte kümmern. Weil die kann ich ja noch im ECM Rush wegbringen. Und sogar ziemlich safe wegbringen. Der wird sich jetzt sowieso da hinstellen. Doch nicht. Interessant. Dann warten wir noch ganz kurz. Und hopp. Schon ist das nächste Artefakt safe. Dann haben wir hier noch drei Artefakte. Geht eigentlich. Da ist ein Zivy. Ich sollte aufpassen, nicht dass ich in den Rhein renne. Das wäre ziemlich ungünstig. Ich kriege ja keine Zivis, um den Zivis zu bewegen. Das könnte eventuell schlecht für mich ausgehen. Aber Pager-Technisch sind wir momentan richtig gut, meine... Sind wir wirklich gut, Freunde. Wir haben jetzt erst zwei. Ich überlege... Ich spiele mit dem Gedanken... Wie gesagt, ich spiele mit dem Gedanken nur. Dass ich vielleicht hinten, falls sich die Gelegenheit bietet, eine Guard weghole. Weil ich dann bei zwei bin. Wie gesagt, ich will nur kein Risiko eingehen. Das ist alles. Dann holen wir uns jetzt mal das letzte Artefakt. Das ist das hier. Und dann kommt der Teil, von dem ich mich jetzt schon fürchte. Ich hätte die Big Bang als zweites machen sollen. Ich hätte Big Bang wirklich als zweites machen sollen. Von Big Bang traue ich mir noch eher zu, dass ich die auf Anhieb schaffe, wie ihr es jetzt im Video auch gesehen habt. Ich habe ja den Heister zum ersten Mal gekauft. Als The Diamond. Fragt mich nicht, wieso. An sich sollte The Diamond eigentlich sogar leichter sein. Zumal man jetzt nicht mehr diesen Stress hat mit dem Pattern. Aber ich schwöre euch, Leute. Ich kriege immer so einen Pattern straight out of hell. Und da die halt nicht mehr weggehen, so wie früher, muss ich mich da extrem konzentrieren und fokussieren. Ich hoffe, ich war jetzt nicht zu lange still für euch. Oh Gott, bleib ruhig! Habt ihr euch wahrscheinlich sowieso gefreut, weil meine Stimme gerade echt für den Arsch ist. Aber was soll's. Okay, wir können also zumindest schon mal nach rechts. Wie sieht's da aus? Zwei Artefakte. Hm. Die gehen aber eigentlich. Die könnten beschissener positioniert sein. Ansonsten haben wir hier aber keine mehr. Oder? Sieht nämlich nicht so aus. Gott! Naja, kommt Zeit, kommt Draht. Ich sollte zumindest schon mal ein Artefakt rausbringen. Nur für den Fall. Eigentlich sollte ich beide rausbringen, um ehrlich zu sein, aber... Da wir nicht die Artefakte der Behinderung haben, also die an den wirklichen Kackspots, können wir uns das auch erlauben. Lass mal schauen. Links, links und da hinten kommt der nächste. Dann sollten wir jetzt mal links rumgehen. Wie sieht es da aus? Links haben wir nicht ein Artefakt, das ist sehr gut. Ich habe echte Hoffnungen, dass wir den Heist schaffen. Ich sollte jetzt nur die Keycard rein und dann sofort rausgehen. Falls das möglich ist, natürlich. Wie gesagt, die Kontrollguard, die jetzt gleich kommt, die könnte nochmal ein bisschen nervig werden. Da ist sie. Oder? Nein. Doch. Nein. Nein, 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 ist sie nicht. Aber die Kontrollguard kommt auf jeden Fall, also sie wird, da wir ja den hier schon offen haben, wird die Guard mindestens bis nach ganz hinten gehen, einmal die Tür angucken und dann wieder gehen. Und das ist da der Moment, wo ich mich vor fürchte. Aber gut. Momentan ist ja noch alles im grünen Bereich. Noch ist sie ja nicht da. Auch wenn ich weiß, dass sie noch kommen wird. Ja, das ist er, das ist er. Der wird jetzt nämlich erstmal nach ganz hinten gehen. Gut, ich möchte mich mal ganz kurz... Ich habe kurzzeitig mit dem Gedanken gespielt, ihn wegzuholen. Das hätte mir absolut rein gar nichts gebracht. Und auch jetzt reingehen und das letzte Artefakt zu holen, finde ich, ist jetzt definitiv nicht worth it. Solange er hier steht, bräuchte ich das gar nicht zu probieren. Lieber mache ich das jetzt hier langsamer und safer. Viel, viel safer, weil, wie gesagt... Wir sind jetzt bei vielleicht knapp einer Stunde gleich. Und in einer Stunde zwei heißes geht eigentlich. Zumindest für die heißt sie, ich hier gespielt habe. Ja, ich würde sagen, als nächstes ist dann Hoxton Revenge dran, aber... Gut. Also, solange er da hinten steht, brauchen wir das auch erst gar nicht zu probieren. Sobald Alan weg ist, könnten wir loslegen. Auch wenn ich mich frage, was genau er da hinten will. Viel entspannter ist es, wenn er in die Keycard rein und er direkt beim ersten Mal kommt. Und dann kommt er einmal, schaut sich dieses Tor an und sagt dann, da geht zwar die Zeit runter, aber... Jupp, ich nicht. Ich bin raus. Und da kommt er auch schon wieder. Typ geht mir schon ziemlich auf die Eier, muss ich sagen. Jetzt einmal bin ich in den reingerannt. Okay, na, da sollten wir jetzt nicht durch. Ja, ihn hole ich jetzt auch mal weg. Oh, bitte, bleib doch mal stehen, bitte. Ich will den Body noch rausbringen. Schaffe ich das? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich meine, was auch sonst? An ihm kann ich jetzt auch nicht vorbei. Oh, bitte, nein. Er stellt sich da hin. Und er geht da hoffentlich jetzt hoch. Dann kann ich jetzt in den Diaraum rein. Und mir jetzt zumindest schon mal einen Diamant decken. Und gleichzeitig ihn auch noch safe wegbringen. Ich glaube, ich bin einer der wenigen Menschen, der es nötig hat, hinten im Diaraum einen wegzuholen. Drückt uns die Daumen für einen leichten... Bitte, bitte, bitte. Ja, gut, gut. Oh, Leute. Das geht. D und dann 1, 2, 3, 4, 5. Also, nee, ich muss da ganz kurz gucken. Also, WW, dann einmal D, dann 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, so. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Moment. Ah. Ich gehe lieber nochmal zurück. Ich schaue lieber nochmal nach. Auch wenn ich es aufgeschrieben habe. Lieber 100%ig safe, als dann so eine Scheiße verkackt. Okay. Habe ich mich doch noch richtig erinnert. Dann nehme ich hier hin. Und dann gehe ich gleich doch nochmal zurück. Ja, man hatte die Zeit. Man hatte die Zeit. Dann musste ich da hoch. Okay. Ich war mir zwar... Ich habe es zwar gewusst, aber ich war mir nicht mehr 100%ig sicher. Und lieber einmal zu oft, als einmal zu wenig. So, sobald wir hier durch sind, ist der Heist quasi gelaufen. Genau, er steht da. Er da hinten. Ich habe noch nicht das letzte Artefakt vergessen, Leute. Keine Sorge. Aber ich glaube, da renne ich gleich einfach nur rein und mache das im ECM Rush. Also, sobald der Diamond safe ist, dann haben wir eigentlich schon ziemlich gute Karten, das zu schaffen. Aber 7 Millionen für einen einzigen Weg. Das ist krass. Nein. So, damit haben wir 18 Taschen. Das ist definitiv im Rahmen. Würde ich sagen. Ja, dann können wir jetzt auch das nochmal schon die ganze Zeit machen wollen. Niemand weiß, dass ich hier bin. Der Heist auch, ich will gleich den nächsten. Und zwar... Jetzt. Dann sollten wir aber auch safe sein. Ja. Da haben wir alles. The Diamond und the Big Bang am Stück. Ich würde sagen, als nächstes jetzt Hoxton Revenge. You man come will never come for me, yeah. I would give you the best of me, the best of me, the best of me, the best of me, whoo. Toll, da haben wir das geschafft, dann als nächstes direkt hinterhergezogen. Hoxton Revenge, würde ich sagen. Auf geht es. Mitnehmen sollten wir... Eigentlich können wir das genauso lassen. Dann kaufen wir uns einmal Body Bags. Dann dürfte das passen. Äh, die Body Bags. Jo, können wir go'n. Können wir machen, können wir loslegen. So, wie es aussieht, ist Game nicht gerade auf unserer Seite. Dem was das RNG-Setting hier angeht, das ist dann doch nicht gerade Premium. Kann ich jetzt... Ja, kann ich, okay. Wenn ich natürlich Skill hätte. Die notwendige Bedingung wäre, dass ich Skill hätte und die habe ich nicht erfüllt, die notwendige Bedingung. Dann schauen wir mal, wo ist es? Alter. Jagt mir nicht so einen Schreck ein. Ja. Dann dürfte die Alarmbox doch dort sein, interessant. Also, hier ist sie. Dann sollten wir jetzt reingehen. Oh, da sehe ich jemanden. Nicht gut. Hier ist ein beliebtes Spot für Keycards, falls in der Mission welche gebraucht werden. Dadurch, dass ich ja nicht mit 75 Detection ist, Stapher, kann ich jetzt auch mal ganz entspannt irgendwo rausgehen. Ach, ist das schön. Hier war auch die Leiter. Dann gehen wir auch gleich mal die Leiter nach oben. Dann öffnen wir ja schon mal ein paar Fenster nur. Nur für den Fall. Weil es gibt in der Regel drei Spots, wo Beweise versteckt sind. Und einer ist halt hier oben. Da seht ihr ihn auch schon. Also, der Safe Room dürfte nicht hier oben sein, aber zumindestens zwei Beweise. Ja. Ne, drei sogar. Sehr schön. Ich denke, so wäre es am sinnvollsten, wenn wir jetzt hier die Beweise runterhauen und dann direkt diese drei Beweise nochmal irgendwo hin safe bringen und dann direkt gehen. Also, in Anführungszeichen gehen, also erstmal diese drei Beweise rausbringen. Klar, das dauert wieder ein bisschen, ich weiß. Aber besser als nix. Wo ist sie hier? Nur zur Sicherheit sollten wir hier unten aufmachen und die Beweise dahin legen. Weil es kann passieren, dass eine Garte, die da oben vorbeiläuft, da spottet. Das ist zwar selten, aber ich hatte das auch schon. Von daher kein Risiko eingehen. Und, ja, würde ich sagen. Auf geht's. So, ihr müsst wissen, es gibt, ich sag mal, fünf Spawns für den Safe Room. Und solange wir nicht den direkt in der Mitte haben, dürfte eigentlich alles gut sein. Hier ist übrigens das Map Ende, also wenn ihr hier seid, dann könnt ihr euch nicht sehen. Ach ja, ich kam ja auch vorne rein. Gar nicht gesehen, aber natürlich stellt sich da jetzt wieder einer hin. Natürlich. Sind wir außenrum schneller und sicherer? Nee, nicht unbedingt. Ja, wir sollten auf jeden Fall nichts riskieren. Gott, bleib ruhig! Oh, oh. Haben wir schon mal drei von acht draußen. Also ich schätze mal, dass es acht geben wird. Acht gibt es meistens. Es kann natürlich auch sein, dass es weniger gibt. Also es gibt auch Szenarien mit sieben und ganz, 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 ganz selten gibt es auch Szenarien mit neun. Aber neun Bags sind noch unwahrscheinlicher als 25 Taschen auf Big Bank. Also die sind auch ungefähr so wahrscheinlich, wie dass man bei GO Bank nur nach den Codes suchen muss. Ah, da steht gerade einer. Nichts overhasten. Sagte er und rannte wie ein Berserker durch die Gegend. Jojo. Ja, können wir durch. Ja, dann als nächstes würde ich mal sagen, ein chilligen Train heißt. Mit etwas Concentration dürfte das auch funktionieren. Ist der der Afgab? Ne, ist er nicht. Anscheinend war der einfach nur zu dumm zum Laufen. Ach Quatsch, wo geh ich denn hin? Hier lang muss ich ja. Haben wir im Keller Beweise? Nein, aber wir haben im Keller den... Oh. Ja. Scheiße. Redenit Scanner bedeutet, dass wir den... Äh. Äh. Mäh. Das bedeutet, dass wir von oben den FBI-Boss holen müssen. Der eine Etage über uns genau da steht. Hm. Must be the FBI-Boss over by the Evidence Board. Keep him alive. Ja, der kommt jetzt. Also sagen wir es so, das Telefon ist leicht. Das können wir ja, sobald wir den nächsten Mal weiß rausbringen, machen, aber... Den FBI-Boss aus der Positionszone ist das, was ich am allermeisten hasse. Weil ihr müsst ihn erstmal runterbringen, dann da hinbringen. Und wenn er so spielt wie ich, müsst ihr ihn auch noch mit nach hier hin bringen, ohne dass der gespottet wird. Und das dauert nicht nur seine Zeit, sondern das ist auch ein bisschen vom Glück abhängig, ob da nicht in diesem Moment eine Garte dann doch noch vorbeikommt. Weil ihr könnt so gut spotten, sechs Sensen, wie ihr wollt. Ihr braucht einfach das Glück, dass wenn er dann gerade da ist, keine Garte von da kommt. Oben dürfte jetzt keiner mehr sein, wenn ich das richtig sehe, oder? Wir wagen es einfach. Zumindest wäre es gut, wenn er erstmal von da oben weg ist, weil da oben, wenn er da gespottet wird, wird ein bisschen ungünstig für mich, aber hier unten kann ich noch was retten. Mein Tisch hat gerade voll geknarzt und gekracht. Was war das denn? So, dann kommen wir uns gleich zum zweiten Mal mit uns. Aber es sieht gut aus, es sieht gut aus. Hier hinten ist dann der Platz, wo ihr den dann hinbringen könnt. Hier hinten ist er safe. So, dann hauen wir den gleich da rein. Und dann bringen wir erstmal hier die Evidence raus und schauen mal. Es ist nicht vorne links, vorne rechts. Dann wird es wahrscheinlich hinten links sein. Also die Telefonzelle jetzt. Wir müssen da ja hoch und einen Call machen. Damit fahren wir dann nach den, äh, Code-Logs und kommen dann so in den Panic-Room rein. Ja, da hinten rechts. Nur aufpassen, dass wir hier draußen nicht gespottet werden, weil die haben ziemlich viel Leben und fressen halt auch richtig viel. Ja, da hab ich ihn gesehen, da ist er. Da müssen wir hin und da ist eine Gart. Eine Feststellung, eine Beobachtungsgabe, ja. Boah, bin ich ein Tier? Ich bin gleich ein Todestier, wenn ich hier weiter gesehen werde. Aber wie gesagt, wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Es ist erst jetzt knapp eine Stunde rum. Das Video schaut sich sowieso kein Schwein an. Wobei, ich glaube, jetzt dürfte erst eine Stunde rum sein, weil ich ja ein bisschen, äh, fast forward machen musste, als wir Big Bang, äh, gelockpickt haben. Hier oben sollten wir eigentlich auch nicht sichtbar sein. Das sieht natürlich keiner. Sehr unauffällig. War ich ein Spot? Nö. PN2 sagt nö. Gut, dann können wir jetzt zur Ratte. Aber bevor wir die Sache, die Ratte hier, die Sache von äh, 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 äh. Tut mir leid, aber ich kann nicht mehr sprechen. Die Kranken-Shades sind ein bisschen auf mein Brain. Hey, du hast doch keins. Ähm, sobald wir die Ratte killen, das will ich nämlich mit einer Granate machen, das macht viel mehr Spaß, sollten wir erst mal die letzten Sachen in Sicherheit bringen. Denn wie ihr wisst, wir haben hier erst mal nur sechs Beweise. Aber es gibt ja mindestens acht. Oh, ne, mindestens sieben. Tut mir leid. Aber sieben sind es mindestens. Da lässt sich nicht dran rütteln. Im Prinzip ist das quasi so eine Art Art-Gallery, sag ich mal, im Geil. Ja, wie er rumflämt. Wow. Raus hier. Jetzt sind wir safe. Das war dann Beweis Nummer fünf und Beweis Nummer sechs folgt dann auch gleich. Die sind ziemlich oft da rumstehen. Was macht der? Schreiner Freiheit. Alter. Ich hätte aber richtig abgeflämt. Das garantiere ich euch. Noch nicht. Zwei Beweise noch. Sobald wir diese zwei Beweise haben, dann. Aber wenn ich nicht falsch liege, hier hatten wir welche, oben hatten wir welche und der Küche war keine, das heißt, also es muss hier oben müssen noch mindestens zwei sein. Beziehungsweise mindestens einer. Man weiß ja nie. Okay, da haben wir also zwei Gads. Sehr gut. Da haben wir hier unsere beiden Beweise. Halleluja. Das wird ja von mal zu mal knapper. Kommt da auch schon der nächste. Sobald wir die sieben weg haben, hole ich mir die acht, öffne die Tür, verstecke mich, werfe eine Granate, kill Hector und bin dann mit ECM Rush weg. Also das ist so ungefähr der Plan. Hat auch schon letztes Mal funktioniert. Oh, der ist jetzt ja, der ist jetzt unten. Ja, jetzt kann ich hier nichts machen. Dann kann ich auch die Nummer sechs jetzt rausbringen. Gott, bleib ruhig. Ich habe kurzzeitig mit dem Gedanken gespielt, vielleicht den Kerngeil rauszunehmen, aber dann, nee, muss nicht sein. Ich bin Nummer sechs. Wie gesagt, wir gehen auf alle acht Becks, da ich ja der All-It-Possible-Fetischist bin. Der ist, der war bis jetzt noch da, Alter. Sobald wir den Back von da oben draußen haben, kann ich dann langsam anfangen. Aber wie gesagt, wir überstürzen nichts. Wir machen das alles smooth und sauber. Weil ich mich frage, warum der jetzt einfach nur rumsteht. Nee, riskiere ich nicht. Ist mir zu unsicher. jetzt geht er. Sehr schön. Dann bringen wir den mal hier hin und schauen mal zu, dass wir von da oben unseren letzten Beweis kriegen. äh, natürlich. Das war sogar fast der Fuck-up. Und zwei Garts auf einmal im selben Raum mit der Evidenz. Neee. longweilig. Nervig. Ich habe Hox and Rage tatsächlich noch nie auf laut gespielt. Ich kann mir vorstellen, dass das eigentlich ein doch ganz geiler Heißes auf laut, aber auf der anderen Seite in Snave hat es halt die Sache, du musst Keycards finden, du musst einen Computer hacken, du musst sogar ein bisschen außerhalb am Telefonpool rumzapfen, du musst mit dem FBI Manager noch alles machen und da, pfff. Wie gesagt, ich hatte es ja noch nie laut gespielt, aber ich weiß, wie der Heiß-Laut aussieht und im Laut ist es ja einfach nur, du snackst dir einen Drill, drillst die ganze Scheiße, killst dann Hector und bringst dann die Evidenz im Helikopter weg. Das ist das einzige, was cooler ist, nämlich der Helikopter, aber ansonsten, pfff. Das ist so ein Heiß, wo ich sagen muss, da finde ich Stealth besser. Zum Beispiel Big Bang ist so ein Heiß, da muss ich sagen, obwohl Stealth hammergeil ist und Big Bang eigentlich der beste Stealth-Heiß ist im Payday, ist laut eigentlich nochmal eine Spur geiler wegen den Escapes. Ich meine, hallo, ein fucking Pick, ja? Wir müssen ein verdammtes Schwein holen. Jetzt. So, da haben wir acht Packs, 5,5 Millionen, das dürfte das Maximum aus diesem Heiß sein. Also wie gesagt, das waren die Heiß, die ich auf jeden Fall schaffen wollte. Ab jetzt werde ich noch irgendwelche Heiß hinterher klatschen. Falls ich einen Heiß verkacke, werde ich das nicht mehr mit reinnehmen. Also falls ab jetzt, ab diesen Heiß nichts mehr kommen wird, heißt es, ich habe den nächsten nicht geschafft. Genau, das werde ich auch weiterhin. Aber wir machen jetzt erstmal, damit ich noch wenigstens vielleicht ein Erfolgserlebnis habe. Verdammt, wo war das denn? Hier war es. Wir machen jetzt erstmal einen Mackie Station. Und je nachdem, wie meine Stimmung ist, machen wir vielleicht auch noch Shadow Raid. Aber danach werde ich erstmal den Trainheiß probieren, aber da werde ich wahrscheinlich mit etwas Pech verkacken. Ich bräuchte halt auch einen guten Start und ein bisschen Glück, was die Civis angeht. Aber gut, das dürfte ich hier auch irgendwie schaffen, wenn ich nicht unbedingt zu aggressiv stealthe. Von daher, auf geht's. Ich hätte gerne Framing Frame noch geschafft gehabt, aber da war ich zweimal zu scheiße am Tag drei. Und warum ihr euch jetzt fragt, warum ich den hier unten weghole, ganz einfach. Wir werden im jeden Fall später hier Becks transportieren müssen und da finde ich es einfach besser, wenn wir hier unten etwas freien Platz haben. Man kann die ja auch relativ easy wecknun, ohne dass die irgendwas machen. Und hier war nichts, oder? Also halt außer der fetten Waffe. Ähm, wusste ich. Ich könnte den auch hier mit Nahkampf töten, ne? Campt schaut in die andere Richtung. Ja, dann mache ich das auch gleich. Schlag auf den Hinterkopf fördert das Denkvon. Wir sollten oben, wenn es denn so läuft, wie ich plane, keinen töten. Wenn, wie gesagt. Ist immer so die Sache. Hier ist nichts. Okay, hier ist wirklich absolut nichts, aber dafür ist hier die zweite Waffe, das ist schön. So wie ich mein RNG kenne, werde ich die beiden Bomben direkt da haben, wo der Escape sein wird und die ganzen Waffen der komplett entgegengesetzten wird. Ja. Und dann ist hier nur noch der Ziel mit den Schneidbrenner. Da sollten wir zuschlagen, Leute. Das brauchen wir. Wie jeder weiß, der Milky Station gespielt hat. Und Halleluja, knapp war's. Ich hätte vielleicht doch jupen sollen vorher, aber nee. Dies wäre zu einfach gewesen. Hui. Und das wäre auch fast zu knapp gewesen. Gut, schauen wir mal. Wie sieht's denn aus? Kann ich den hier öffnen? Mist, kann ich den hier öffnen? Doppelt Mist. Schade. Ja, damit sind schon mal zwei von sieben Wagen weg, wo ein Loot drin sein kann. Bleibt nur noch einer. Ah, okay. Hier ist der. Der hier? Nee, Request Pen. Okay. Dann ist der Quatsch hier, ne? Kann ich auch hier kurz aufhecken. Ach ja, dann fehlt mir ja immer noch was. Schade. Okay. Oh, da kommt er rein. Da kommt er rein. Ja. Immerhin Waffen. Ich werfe die mal da drüben. muss er jetzt nur schauen, wo die Soundteile sind, weil abhängig davon kann ich jetzt auch gleich die Waffen rüberwerfen. Sieht gut aus. Ich glaube, dahin ist in Ordnung. Dahin ist akzeptabel. Natürlich nur, wenn die Gart nicht mit dabei ist. Ja, sobald, sobald ihr jetzt mal kurz nicht hier hinschaut, können wir ja ganz entspannt hier den machen. Und gleich nochmal, weil es so schön war. Die Zugabe muss aber jetzt nicht unbedingt sein. Das wäre sonst jetzt böse ausgegangen. Das dahin und das dahin und natürlich nichts vergessen, das noch hinterher. Haben wir schon mal eins von vier. Was mich jetzt tatsächlich mehr interessieren würde, wäre, wo dieses Teil ist, hier dieser, dieser Harddrive. Weil den brauchen wir ja auch noch. Oh. Ich glaube, ich schaue mal von oben. Beziehungsweise, ich schaue mal von hier hinten. Alter. Das ist unsympathisch. Ja, der ist er. Sehr gut. Dann können wir zumindest gleich in alle Trains rein. Wenn mich der Gart nicht vorher spottet, das wäre nämlich ungünstig. Naja, was soll's, was soll's. Doch, ist hier alles in Burea. Kann ich den hier öffnen? Ja, okay. Dann stehen halt die Train-Teile fest, die ich, äh, nicht öffnen kann und die ich öffnen kann. Der ist also auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Also, wenn wir jetzt den Van haben, wäre es tatsächlich nice. Boot wird dann halt jetzt einfach eine Riesenschlepperei. Also, das sag ich auch gleich. Ich glaube, dass, eigentlich will ich dann einen Cut machen für euch, aber auf der anderen Seite, ich denke, ich werde ihn nur beschleunigen. Tut mir leid. hier kann man ja durch. Ach ja, stimmt, auf der Seite war ich aber noch nicht wirklich drin, oder? Ja. Ah, okay, da haben wir jetzt schon mal einen EMP-Part. Bitte, wo? Nicht Boot. Ja, wo ist die Escape Area, du Affe? Ja, er sagt mir halt nichts. Aber wenn ich das richtig mitgekriegt habe, dann dürften wir, wenn er nichts, ja, natürlich. Natürlich haben wir das Boot, natürlich. Was auch sonst. Ich meine, ansonsten wäre es ja schnell gegangen, aber so, pff, nee. Geh da, oh, geh da rein. Alter. Warum das Boot gerade jetzt? Warum? Es ist doch behindert, ey. Oh Mann. Das dauert. Also das wird wirklich dauern. 16 Taschen komplett einmal um die Map schleppen. Genau deswegen habe ich unten die beiden Gards getötet. Ich hätte es auch auf Pazifist machen können, das wäre jetzt nicht das Problem gewesen. Aber so kann ich dann einfach komplett durchrushen. aber es gibt noch eine andere wertvolle Route für uns. Du kannst es jetzt oder zurück nachher. Nee, die muss ich einzeln rausbringen. Die können gespottet werden. natürlich dürfen wir einmal ganz komplett herumlaufen. Äh, äh, warum? Ach Mann. Boah, der heißt, normalerweise wäre ich vielleicht jetzt, wenn der da oben wäre, nach, ich sag mal, 12, 13 Minuten durch, aber das wird dauern. Ich glaube, ich hatte es noch nie, dass ich bei Mercury Station so ein ungünstiges Setup hatte. Noch nie. Ja, ich bin aber auch ziemlich blöd. Das müssen wir schon mal die Waffen dahin bringen. Bis wir nicht immer hin und her gehen. Battle-Rifle und dann auf geht's. Hier liegen halt einfach schon 13 Taschen gleich. Die EMP-Bombe, die ist dann in dem hier. Ne, Quatsch, das laber ich. Also in der Mitte stehen ja drei Züge und im hintersten ist sie nicht, also ist die in den beiden vorderen. Also, erinnert jetzt nicht so sehr viel. Es ist halt nur trotzdem, dass ich alles rumschleppen muss. Äh, ist ja gleich vorbei, das Trauerspiel. Dann haben wir zumindest schon mal alle Sachen safe. Ich denke auch, ich werde zuerst mal die ganzen Waffen in Sicherheit bringen, bevor ich mich tatsächlich noch mal an die zweite Bombe herantraue. Nur aus Gründen der allgemeinen Sicherheit. Aber Halleluja, das kratzt ja einmal richtig hart an. Ich hab's halt, als ich gesehen habe, wie die Verteilung ist, wusste ich schon direkt, was es wird. Scheiße. Ich darf ja wirklich alles rüberschleppen, oh Gott. Warum spiele ich Solo? Und nein, ihr werdet von mir nicht solche Solo-Teile sehen, jetzt hier wie Diamond Store oder Jewelry Store, da, das könnt ihr euch bei irgendwelchen anderen Typen angucken. Die gibt's zu Genüge. Das Einzige, wo ich vielleicht noch ein bisschen überlegt hätte, wäre Nightclub, aber ich finde Nightclub einfach gay. Also von daher, Mal schauen, was ich als nächstes mache. Ah, Nachtschwein heißt natürlich. Framing, Framing will ich jetzt nicht unbedingt, vielleicht Election Day. Aber auf der anderen Seite habe ich bei Election Day immer das Überproblem, dass ich es nicht geschissen kriege mit den Wahlteilen. Oh Mann. So, und das wird jetzt noch ein bisschen gehen, also, also jetzt bei 12 Minuten, ich schätze, wir sind bei ungefähr 20. 20 Minuten reicht definitiv nicht. Ich schätze sogar mehr 22. Na, ich kann zumindest müssen wir schon mal alles runterhauen. Ach ja, stimmt. Ich habe überlegt, ob ich den letzten Scheiß im ECM-Rush hole. Und dann ist mir eingefallen, dass, wenn ich ein ECM lege, mir das überhaupt nichts bringt, weil ich ja da noch die Türen nicht mehr hacken kann. Die sind hier während des ECM-Rushes deaktiviert. Also zumindest, sobald ich die Tür geöffnet habe, und die Bombe habe, kann ich ein ECM-Rush machen, aber ein ECM-Rush ist eigentlich so dermaßen billig, das muss eigentlich nicht sein. Oh, das heißt, erst mal die 15 Sachen zu sich holen. Wir haben jetzt gerade zwei. Sehr gut. Seufz. Also hier kann ich jetzt auch nicht groß dazu was sagen. Ich meine, ja, ihr seht mich jetzt einfach eine Weile hin und her rennen und, naja, mehr was ist das ECM-Game. Also, wie gesagt, das werde ich jetzt nicht beschleunigen, das bin ich echt zu faul. Aber, ihr könnt definitiv ans Ende gehen. Also, wie gesagt, spult einfach mal so vier, fünf Minuten vor, dann dürftet ihr das auch hinter euch haben. Diese Tortur. Und übrigens, falls ich euch das empfehlen kann, falls ihr jemals Geldprobleme habt, farmt auf diesen Heist. Der bringt jetzt vielleicht nicht so unglaublich viel im Vergleich zu anderen, zum Beispiel Scarface-Menschen. Allerdings finde ich, dass man den tut mir leid, da muss ich jetzt zweimal lesen. Allerdings finde ich, dass man diesen heißt, eigentlich, wenn man sich anstrengt und keinen Scheiß macht, ich sag mal, in 90 von 100 Fällen schaffen sollte. Also, so überkompliziert und schwer ist der jetzt echt nicht. Und es ist mir so unglaublich leid, dass ich wirklich so einen krassen schnupfen habe und die ganze Zeit so ins Mikrofon reinschnupfe. Ich kann es leider nicht ändern. Ich habe mir auch überlegt, zuerst Musik hinter... Ah, das habe ich ja schon erwähnt. Irgendwann bei Big Bang, glaube ich. Ich habe jetzt gerade drei Heists geschafft, nicht wahr? Das geht eigentlich. Also, falls ich das nochmal mache, so eine Aktion, dann starte ich auf jeden Fall mit Framing Frame oder sowas. Big Bang geht hier eigentlich relativ. Habe halt nur ein bisschen Pech gehabt bei der einen Guard vorhin, sonst wäre es noch schneller gegangen, aber ich meine, was soll's? Das war neun, ne? Das heißt, auch noch sechs Taschen, unter anderem die Bombe. Ja, wir sind auf einem guten Weg, Freunde. Das wäre sowieso kein Schwein sehen, wie ich vollkommen verrotz und verschnupft. Wie viel heißt da? Ja, drei, jetzt vier heißt am Stück schaffe, mit Drain heißt, wenn das halbwegs glatt geht, auch noch fünf. Das will doch keiner so sehen. Ich könnte natürlich auch Art Gallery machen, das wäre auch ne Möglichkeit. Das ist immerhin Tag eins von Framing Frame. Tag 3 ist mir halt zu blöd, weil er halt zu sehr auf Lack basiert. Wenn man einen schlechten Wallspot hat, kann man eigentlich allein, kann man eigentlich allein ja komplett vergessen. Ach, elf Taschen, dann sind wir jetzt gleich durch. Und so lange hat's noch nicht gedauert, dann sind wir bei, ich schätze mal, 18 nicht, aber vielleicht 18,30 durch. Ich lebe schon viel zu lange auf. Das Surrender wird ja auch schon wieder der Obershit werden. Wie gesagt, Payout ist ziemlich gut. Wenn ihr alles mitnehmt. Uns fehlen jetzt noch drei Sachen. Zwei liegen halt hier. Sorry, Steffix geht gerade nicht. Bin gerade noch in der Playlist. Ich antworte dir gleich. Haben wir jetzt alle Waffen safe? Jetzt kommen noch die zwei Bomben. Eine Bombe ist 1,8 wert? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, 1,8 Millionen. Also wie gesagt, den Diamond toppt eh nix mit seinen 6,9 Millionen. Aber das geht eigentlich. 2,9 Millionen. Hui. 2,9 Millionen ist sag ich mal. Alter. Ich hätte mir das ewig vorgehalten, hätte ich jetzt verkackt. Ich habe glatt vergessen, dass er der Zivi ist. Ich hätte den eigentlich mal Cable teilen sollen und wegbringen sollen. um auf die andere Seite gehen zu müssen, ein bisschen blöd. Muss ich aber, oder? Ja. Also einmal komplett außenrum. Scheiße. Scheiße. Nein, 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 nein. Oh, fuck. Fuck, fuck. Ach, du Scheiße. Ach, du heilige Scheiße. Ach, du Scheibenkleister. Danke, dass ich einmal Glück hatte. Danke. Wäre schade gewesen, wäre es jetzt vorbei gewesen. Weil geschafft hätte ich es definitiv nicht mehr. Jetzt, da der Scheiß offen ist, jetzt bin ich durch. Alles ganz easy machen. Nur zur Sicherheit. Haben wir alles. Zehn Millionen für so einen Heist geht eigentlich. Wie gesagt. Mal schauen, Train heißt jetzt hinterher und dann... Was kann ich denn dann noch machen? Abgesehen von... Framing, Framing, Framing nicht so richtig. Lection, eh auch nicht so richtig. Aber gut. Erstmal... Erstmal den Train heißt schaffen. Ansonsten passt das. Und falls ihr euch über meinen Kontostand wundert... Äh, Scheiße. Warum den Spot? Das heißt, es wird wieder länger dauern. Mann. Ach, Mann. Da habe ich ja mal so wenig Böcke drauf. Ist der AFK oder was? Aber gut, wir machen es so, wie ich es immer mache. Und zwar springen wir erstmal hier rüber. Snacken uns ein Bodybag da hinten weg und machen hier die Area Clean. Wir werden zwar wahrscheinlich den Boat Escape kriegen, das heißt, was ich jetzt hier mache, ist eigentlich vollkommen nutzlos. Aber dann habe ich so eine Safe Zone, sag ich mal, wo ich hingehen kann. Das ist definitiv wichtig. Weil hier kann man nicht nur diese drei Gards wegholen, sondern halt auch wie diese Zivis. Ne, das spottest du nicht, Alter. Never. Das erlaube ich dir nicht. Ich muss hier heute sehr oft muten, weil ich mich sehr oft räuspern muss. Da ist doch einer, oder? Ja, da war einer. Na, ich war... Ne, wir machen es, wir machen es sicher. Wir bringen die Leiche hier rein. Und dann nehmen wir uns jetzt auch noch den letzten Bodybag, den wir jetzt erstmal brauchen werden. Nämlich für die vierte Garde. Falls das passieren sollte, es sollte natürlich nicht dazu kommen, aber falls es dazu kommt, haben wir halt diesen Bodybag-Safe. Komm, geht ein bisschen besser. Ja, passt. Passt nicht! Scheiße. Der muss jetzt ganz schnell hier weg. Oh Mist, oh Mist, oh Mist, oh Mist. Komm! Das hätte jetzt der Fuck-up sein können, Leute. Das hätte jetzt echt der Fuck-up sein können. Aber wir haben es nochmal hinbekommen. Irgendwie natürlich. Und das... Nice. Das war sogar schon derjenige, der die Keycard hatte. Das Problem ist halt, dass hier auf der Map die Spot-Range ziemlich krass ist. Und wenn ein Zivi hier drinnen ist, sich an das linke Tor stellt, ich den runterschreie und das eine Garde von oben sieht vom Train, haben wir verschissen. Und daher sollten wir jetzt nichts übereilen. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum habe ich nur 50 FPS? Scheibenkleister. Jetzt kann ich hier auch nicht sägen. Toll. Danke. Aber was ich machen kann... Nein, das kann ich, weil dann Zivi ist. Gut. Aber ich sollte schon mal bei 3 oder bei 4 eine Keycard reinhauen. Ja. Weil der... Ja, der ist ein Zivi. Oh ne, ich weiß nicht, warum ich diese FPS-Lags habe. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Das nervt. Das sind ja nicht krasse Lags. Na doch. 40 FPS sind schon ziemlich low. Haben wir mal hier die Keycard reinhauen. Haben wir Glück? Sehr gut. Was haben wir? Ah, Shells. Ja. Mir wäre es persönlich lieber, wenn wir erstmal das Turret kriegen, damit wir wissen, wo wir hin müssen. Wobei, es ändert eigentlich sowieso nichts. Ja, komm. Kann ich jetzt auch hier schon reinhauen. Geht der jetzt? Ja, der geht jetzt. Dann soll ich lieber in Sicherheit gehen. So, und da ist es jetzt schauen. Kann ich machen, was ich will? Ja, ich kann. Okay. Kann ich hier nämlich ein ECM dranhauen? Achso, ja. Turret? Ne, aber dann hau ich jetzt hier schon mal rein. Dann haben wir das Turret also weiter hinten. Sagen wir es mal so, das ist ziemlich gut. Das ist ziemlich, ziemlich gut. Weil, ich, klar, wir werden ihn kack Escape kriegen, aber mit dem Turret da hinten muss ich nur einmal ein bisschen nach vorne. Hier bin ich halt direkt safe und muss ihn nicht von der Treppe irgendwie stark behindern lassen. Äh, werde ich nicht stark behindert. Aber ich werde dann sehen, was ich meine. Okay. Keiner da? Okay. Hier ist, wie wir wissen, nichts. Also check ich jetzt hier. Okay. Haben wir hier das Turret. Gut. Geht eigentlich. So von der Spawn-Verteilung. Ich war jetzt nur darauf, dass die verschiedenen Boxen hier wir sagen, äh, du musst ja was ändern. Find the Circuit Box and revire it. Hä? Bane, ja, mach ich. Mir wäre es persönlich lieber tatsächlich, oder inzwischen wäre es mir zumindest lieb, wenn mal ein weiterer Zivi zu uns nach hinten kommen könnte. Denn je weniger Zivis wir haben, desto weniger muss ich mir Sorgen machen, dass wenn ich dann vom Zivi gespottet werde, ich den Quer über die halbe Map transportieren muss, dann ist es automatisch gelaufen. Oh Gott. Also. Es wäre ganz gut, wenn jetzt mal ein Zivi, ich sag mal, in die Richtung gekommen würde. Hier hinten ungefähr, sag ich mal, wenn er hier ist oder hier, kann man den dann, ich sag mal, schlagen und dann hier reinbringen oder halt hier nach hinten, wo schon mein erster liegt. Das Einzige, was ungünstig ist, wenn der Zivi hier reingeht und sich dann da hinstellt. Aber ein Zivi, der durchpusht, hallo. Oder auch nicht. Hehe, du Wichser. Der wusste es halt einfach. Ja, warte, Bane, warte. Alter. Geh runter. Den bringen wir mal ganz entspannt hier hinten lang. Und ich denke, auch wenn es ein bisschen risikoreich ist, ich werde den Zivi da drin jetzt gleich wegholen. Ich muss halt nur vorher schauen, dass da oben keiner steht. Der würde mich jetzt nämlich kalt machen, sag ich mal. Der spottet uns. Komm. Wenn es geht, schnell. Und damit haben wir drei von vier Zivis safe, meine lieben Freunde. Es läuft. Es läuft wirklich. Knallen wir den mal dahin. Und dann bleibt nur noch ein einziger Zivi. Und um den können wir uns dann später Sorgen machen. Jetzt heißt es erstmal nicht sterben, wenn ich hier rüber springe. Ach, wir haben gleich... Oh, wir haben gleich die schlechteste Box. Okay. Na, immerhin. Das ist somit die einzige Box, bei der, wenn ihr so vorgeht, wie ich es mache, eigentlich wirklich Probleme habt. Weil... Es leckt teilweise so hart, dass ich erst zu spät die Sachen wahrnehme, die ich wahrnehmen muss. Ich sollte das Ding zumindest probieren zu öffnen. Danach muss ich eigentlich sofort wieder weggehen. Oh, scheiße. Das könnte knapp werden. Ja. Gerade so noch. Also, Rewire machen wir gleich. Hätten wir das jetzt noch gemacht, dann hätten wir jetzt wahrscheinlich unseren Fuck-up. Da ist eine Gart, die würde mich spotten. Und der Zivi, der ist erst recht ein Problem. Ich hole den Zivi jetzt auch nicht hier weg, das wäre mir viel zu Risiko behaftet. Ich hole den Zivi weg, sobald er da vorne in unserer kleinen Safe-Area ist. Auch wenn ich mich frage, was genau der da gerade macht, aber gut. Stell euch mal auf, so ein halb- bis dreiviertelstündigen Heist ein. Auf jeden Fall, es dauert ein bisschen, das kann ich sagen. Auch wenn ich mich frage, was genau der Typ da gerade gemacht hat, aber okay. Achso, er geht runter. Okay. Ich sag viel zu oft, okay. Damit haben wir bei einer Sekundär-Gem gehabt. Seriously. Ne, ich denke, ich werde jetzt als erstes mal das Turret machen. Oder jetzt als nächstes das Turret machen. Aus dem einfachen Grund, weil, wenn ich das jetzt das Turret mache, dann weiß ich auch, wo ich die Backs schicken muss. Und kann sie halt auch in die entsprechende Richtung schicken. Geht der Zivi hin? Wie weit kann der mich bitte spotten? Warum liegt hier Stroh? Ach, der geht auch da rein? Nee, kann ich nicht machen. Ach, Scheibenkleister. Jetzt ist der Zivi einmal da und ich kann das nicht machen. Toll. Jetzt lauf in die andere Richtung. Scheiße. Nee. Der Zivi, der wird wohl nichts. Zumindest, wenn der jetzt nicht nach hinten läuft. Nö. Wobei, was ich machen kann, ist jetzt. Welchen Zivi nehme ich jetzt noch ein bisschen mit hier in diese Richtung move? Ist das sick? Na, Alter. Mach keinen Scheiß. Komm hier hin. Komm. Und jetzt hier rein. Gut, dann haben wir das Zivi-Problem aus der Welt geschafft. Ähm. Zeit, uns um das Turret zu kümmern. Was wir auf jeden Fall machen können. Zumindest in unserem momentanigen Zustand. Weil wir ja noch nicht wissen, wo wir die Sachen hinbringen müssen. Ist die Sachen hier hinlegen. Ist jetzt zwar nicht besonders viel, aber pfff. Besser als warten. Das meiste, wie ich so warten muss, bis der Zivi da hinten endlich da ist. Ich, ich hab zwar dafür gebetet, dass wir den Escape hier kriegen, aber ihr kennt ja Payday. Ich bin ja geradezu ein Aaron Jesus, was Payday angeht. So, hier war das Turret. Dann weg hier. Ähm. Ich glaub, betiteln wär ich das Ganze die PHS-Playlist. Ist jetzt nix großartiges und auch nicht besonders schwer. Ich mein, die heißt es ja, am Stück zu schaffen ist jetzt wirklich nicht gerade eine Herausforderung. Aber was soll's. Besser als nix. Höh. Bitte, bitte, gib mir das Auto. Bitte, bitte, bitte. Das Auto. Bitte. Ansonsten dauert das so lange. Ich will nicht wieder so lange warten. Langsam hab ich nämlich auch keinen Bock mehr. Langsam will ich die Playlist beenden. Ich glaub, ich klatsche noch Shadow Raid hinterher und dann ist aber wirklich Schluss. Was lassen wir auch ein Geleck und Ruckel fest ist. Das glaubt man ja nicht. Oh, da ist noch eine. Gut, dass ich's gesehen hab. Ja, komm. Ganz, ganz easy hier. Ganz easy. Wenn ihr das auf Pazifist macht, so wie ich's einmal getryt habe, dann ist das hier eigentlich die schwerste. Dann ist halt euer Safe-Point da drüben. Und was hab ich da gesehen? Nee. Das ist nicht hier. Hab ich halluziniert, oder was? Ach, okay. Das ist der andere. Ähm. Tut mir leid, ich weiß auch nicht, was ich grad mache. Also, ohne Scheiß, Leute. Ich bete, ich bete noch einmal mit mir. Wir beten jetzt alle gemeinsam, dass wir den Auto Escape kriegen. Nicht das Boot, ja? Nicht das Boot, ja? Das Boot, das ist schwimmuntauglich. Ja? Billige Marke, ähnlich wie Titanic. Da haben sie auch bei allen Ecken und Kanten gespart, ja? Hashtag PrayWithMe, bitte. Aber solange da hinten unsere Konsorten von Idioten rumstehen, brauche ich es auch erst gar nicht zu probieren. Bitte, 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 bitte das Auto, das Auto, das Auto, das Auto. Ihr wollt mir das Auto geben. Ihr wollt mir das Auto geben. Das dauert mir doch nicht zu lange. Auto, 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 Auto. Auto, 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 Auto. Yes. Jawohl. Okay, Leute, das, das ist, das, das ist. Das ist. Mir fällt nur noch ein... Jawohl. Ohne Scheiß. Oh, da hinten kommt einer. Na? Halleluja. Das nenne ich Glut. Äh, gut Glück gehabt. Ja gut, ihn kann ich spotten. Und jetzt kann ich auch da hingehen. Jawohl. Haben wir, Leute. Haben wir, haben wir, haben wir. Jetzt sollten wir eigentlich nicht mehr verkacken. Oh, ich schätze mal, in 10 bis 15 Minuten sind wir hier durch. Das ist 1. Really great so far. Äh. So. Dann haben wir hier die 3 Turret Parts schon mal safe. Und dann fehlen es jetzt noch die 10 Shells. Was fehlten uns noch von den Boxen? Hinten rechts und vorne links fehlt uns ja noch. Okay. Bevor ich jetzt hier weiter die Sache mache... Hey, ich komme zurück. Könnte ich ja, bevor ich jetzt hier den Überaffen raushängen lasse und dann in diese Sachen gespottet werden, schon mal hingehen und den dritten und letzten Timer draufklatschen. Natürlich unter der Voraussetzung, dass dieser freundliche Herr sich mal dazu entscheiden könnte, sich zu bewegen. Hoffentlich ist der jetzt nicht stuck. Das wird ziemlich ungünstig. Ja, wie quick now, Alter. Chill mal dein Leben. Guck die neulich an. Nee, macht schnell. Ja, weil auch... weil alles Davison eigentlich... die man auf die schießen wird, Alter. Haben wir 3 von 20. Und wir haben keine Guard mehr davor, das heißt, hinsprinten, draufklatschen, abhauen. Immerhin, die Teile sind jetzt ja einiges mehr wert als früher. So, während unser Countdown runterläuft, bringen wir mal die Shells hier in Sicherheit. Boah, Leute, da hat Gaben uns aber wirklich belohnt. Einmalig. Wir starten unten und kriegen oben. Das hatte ich auch nicht oft. Und bisher läuft ja wirklich alles perfekt. Wir haben bisher immer alles am Loot mitgenommen. Wir haben bisher kein Zivis getötet. Genauso muss das laufen. Das einzige, wovor ich mich tatsächlich noch ein ganz klein wenig fürchte, ist dann die Powerbox ganz hinten. Aber die schwerste haben wir. Ja, bin unterwegs. Ich bin unterwegs, Spain. Ich bin da, ich picke das Lock. Äh, ja. Dann haben wir's fast. Ich bin back in. Hier ist no Spoon. Es tut mir wirklich so leid, dass eure FPS teilweise so schlecht sind. Für mich ist es auch kaum spielbar. Alter Schwede. Tut mir wirklich, wirklich leid. Normalerweise habe ich solche Probleme eigentlich nicht. Ach so. Ja. Aber dafür werde ich hier gleich noch ein Problem mit dem Teil haben. Wisst ihr, was er dann sagt? Nö. Der macht den Dock schmied. Neun Sekunden. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Ha, ich wusste es. Gut. Äh, auf das letzte Hindernis jetzt hier zu bestreiten. Dann ist der Heist eigentlich quasi geschafft, sag ich mal. Und wir können uns an Shadow Raid dransetzen. Und danach mache ich dann auch erstmal Pause. Oh Gott. Und auf geht's. Und dann. Ja, dann heißt es jetzt nur noch, die letzten zehn Taschen Sicherheit zu bringen dürfte jetzt nicht so das Problem werden. Außer meine FPS verabschieden sich endgültig, was ich nicht hoffe. Das wäre nämlich ziemlich blöde und öde. Haben wir hier Nummer eins. Ich lege die erstmal vorübergehend hier hin. Wir können sie ja dann, falls hier eine ungünstige Phase eintritt und ich erstmal nicht weiter die Sachen rausholen kann, dann in Sicherheit bringen. Und ohne Witz, eigentlich hätte ich mir sogar gewünscht, dass man 40 hat, aber die halt dafür nur die Hälfte wert sind. Das wäre cool gewesen. Und wie gesagt, ihr seht ja, der Heist. Wenn ihr den Heist saufen könnt und auch immer diese halbe Stunde habt, dann würde ich euch auch eher den Heist empfehlen. Weil neben The Bomb Dockyard und Scarface Mansion gibt es eigentlich keinen, der so viel rausbringt. Ihr habt zwar einen schlechten Payday, also ich glaube 400.000 ist das auf One Down. Aber dafür habt ihr halt extrem viel Loot. Also 23 Taschen. Das habt ihr höchstens bei Big Bang oder bei Golden Green Casino. Oh, ja, ich sollte jetzt... Jetzt ist der Moment gekommen, an dem ich anfangen sollte, die Taschen hier erstmal das Safe wegzubringen. Alter! Diese Legs, Leute, diese Legs. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Alter Schwede, was für ein Legfest. Ich sollte vielleicht Fraps neu starten, aber gut. Wahrscheinlich liegt es auch einfach daran, dass ich zu viel aufgenommen habe. Wie viel haben wir da noch gleich? Ich glaube, da drin waren jetzt noch drei, oder? Ja. Ah, ein Package, das nehmen wir auch noch mit. Es ist secure. Aber ich freue mich. Das ist jetzt schon der fünfte Heist, den wir am Stück geschafft haben. Ach Gott, ich weiß gar nicht, wann ich gestartet habe. Aber es ist jetzt inzwischen 16 und 9. Und wie gesagt, so schwer sind die Heist jetzt auch alle nicht. Ich könnte, ja, ich könnte noch einen normalen Package hinterherziehen oder Art Gallery, aber ich glaube, ich lasse es dann erstmal. 18. 18. Ne, doch 16. 18. Ne, doch 16. Hat lang gedauert. Also halbe, wobei doch, also wenn ihr Freunde habt, die euch dabei helfen bei dem Heist, dann ist das denke ich mal durch in, in Hashtag No Time. Und es tut mir so unglaublich leid, dass ich auch die ganze Zeit so verraten bin. Es tut mir so leid. Ich weiß, ich entschuldige mich heute viel zu oft, aber krank sein ist scheiße. Ach, 1,8 Millionen sind es sogar. Oh, tut mir leid. Achem. Also gut, Leute, wie gesagt, ich probiere mich jetzt noch am Shadow Raid. Falls ich den natürlich nicht schaffe, wird das natürlich nicht mit reingeschnitten. Falls ich ihn aber schaffe, werden wir sehen. Jedenfalls verabschiede ich mich jetzt, falls ich es nicht schaffe, schon mal. An dieser Stelle von euch, danke fürs Zuschauen. Und dann würde ich sagen, auf geht's zum letzten Mal. Wünscht mir viel Glück. Und ich werde auch an dieser Stelle Buckusen und das Artefakt forsen. Weil ich keinen Bock habe, mich damit mehr Markus rumzuschlagen, sonst kriege ich die Arme nicht. So, das kommt dahin, das dahin und das dahin. Jetzt, wir... Okay, bloß... There it is, right ahead. Do your thing, guys. But do it quietly. It goes loud. I'll have to pull you out fast. Ja, nee, lohnt sich nicht. Ja gut, in der Zeit, wo er da hingeht, kann ich ja mal runtergehen und mal dran setzen. Ich könnte auch reingehen und da anfangen zu securen, aber das ist mir ein bisschen zu unsicher, sag ich mal. Wie gesagt, 24 Taschen sollten jetzt aus dem Shadow Raid rauskommen und dann bin ich erstmal fertig. Bin ich glücklich, dass ich so weit gekommen bin. Auch wenn es jetzt nicht gerade die Welt ist, die Playlist, wie gesagt, es geht besser. Boah, ich glaube, danach lege ich mich aber auch erstmal hin. Habe ich hier was? Nee. Wir sollten, denke ich, so verfahren, dass wir zuerst einmal den Cam... Also Camguide muss auf jeden Fall sein, ja. Aber wir sollten zuerst den Camguide töten und dann sollten wir warten, bis der Helikopter kommt. Und schauen, ob welche auf K gehen. Okay. Oh oh. Okay. Oh, warte mal, ist das der Gelbhelm? Das ist der Gelbhelm. Oh, scheiße. Jetzt heißt es, äh, konzentrieren. So eine Gelegenheit kriege ich so schnell nicht wieder. Ach, scheiße. Aber ich glaube, das kriege ich von der Guard her auch nicht hin. Das wird mindestens ein Pager. Oder? Ja. Komm schon. Komm. So, in der Konstellation kann ich jetzt einen ECM-Rush machen, beziehungsweise kann ich dann später die Armor holen. Auch im Solo-Staff. Oh, schade haben wir keinen Coke und nicht mehr ein Package. Trauer. Da haben wir auch keinen Coke. Mensch, wo haben wir denn hier mal Coke? Das gute alte Coke. Nee. Ah, ich brauche auch noch einen Krober. Sehr schön. Da haben wir Coke. Ich denke, sollte ich langsam... Ich könnte mich langsam in Position begeben für den Helikopter. Langsam. Die Betonung liegt auf langsam. Wie gesagt, es sind noch knapp anderthalb Minuten. Oh. Wenn der da afk wäre, das wäre sehr spitze. Ich muss halt nur schauen, dass wir dort keinen Moneybag haben. Das wäre scheiße, aber ansonsten... So wie der da rumsteht, tippe ich auf eine afk-Guard. Und damit dürfte Shadow Raid auch so gut wie geschafft sein. Ja, so wie der da rumsteht, ist der afk. Der wird auch nicht spotten, wenn ich dann unten den Vault öffne. Also von daher gleich doppelt gut. Tut mir leid, dass wir jetzt hier mal eine Minute rumstehen. Ich entschuldige mich wirklich bei meinen Zuschauern. Die wir es hier in Troy durchgehalten haben. Und dann kommen sie weit auf einmal aufs Dach. Das ist auch Troy. Die wollen sehen, wie der Helikopter ankommt. So sehen, wie ihre Freunde da kommen. Aber er geht wieder. Und er auch. Die wollten wohl doch nicht auf den Helikopter warten. Na ja. Also ich denke, wir könnten easy 20 Taschen kriegen und dann die vier letzten mal schauen. Je nachdem, wie sehr inkompetent ich bin. Müssen wir dann halt noch im ECM-Rush holen. Aber ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird, wenn ich mich jetzt mal anstrenge. Wie gesagt, wir haben extremes Glück. Wir haben nämlich an einer extrem guten Stelle diese AFK-Guard. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Und von daher. Sobald der Helikopter jetzt geforscht wurde, ist nicht mehr so viel zu befürchten. Sagen wir es mal so. Dann hole ich die Guards, wenn sie an einer guten Position sind, kurz weg. Also einen kann ich auch einpacken. Den zweiten muss ich halt liegen lassen. Das mache ich dann in einer Position, wo der höchstens von Zivis gespottet wird und nicht von der Guard. Vielleicht untere Etage. So da im Raum in der Nähe. So langsam sollte der Helikopter aber mal kommen. Und immerhin habe ich hier wieder 60 FPS. Jetzt nicht mehr. Alles klar. 55, was ist los? 60, ach, jetzt. 48. Warum 48? Warum genau 48? Okay. Also wenn die Garte immer noch hinten in diesem Zimmer steht, dann... Können wir, denke ich, bestätigen, dass das eine AFK-Gart durch und durch ist? Ja, AFK-Gart durch und durch. Gut, dann haben wir also noch zwei Guards und zwei Pager. Haben wir hier was drinne? Ähm, nee. Ähm, okay. Nevermind, haben wir zwei Zivis. Können wir ja schon mal anfangen, die ganzen Sachen nach unten zu bringen. Jetzt ist die Frage, wo die zweite Guard ist. Also es wäre schon wichtig zu wissen, wo die zweite Guard ist. Er ist da wahrscheinlich AFK gegangen. Von daher mache ich mir jetzt nicht so große Sorgen drum. Nein, um wen... vor wen ich Angst habe, ist diese dritte Roaming Guard. Die kann es noch hart aufs Maul geben. Sobald wir die haben, können wir ihn da unten einfach wegschroten. Ich mache dann auch gleich hier den Tresor auf. Habe ich hier unten was? Ja, ich habe hier unten Waffen, okay. Also, sobald ich weiß, wo die vierte Guard ist, schlage ich zu. Ich glaube, da muss ich mal doch ganz kurz an die Kameras gehen. Aber da war doch einer. Da ist einer. Ach, und da kommt sie. Perfekt. Nehmen wir erstmal das hier. Okay, in Position. Perfekt. Alter, die hat auch die Keycard? Alter. Das läuft. Das läuft, meine lieben Freunde. Zwei Keycards. Also, der Tresor ist jetzt auf jeden Fall offen. Dann können wir auch gleich noch hier unten aufmachen. Nehmen wir die hier. So, und ihn blasen wir mal dahin. Und dann ist hier auch gut. Das Einzige, wovor ich ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen Angst habe, ist, dass bei der AFK gerade oben ein Moneybag ist. Weil wir haben jetzt erst einen Random Moneybag. Also, ich hoffe, dass er vielleicht in der Küche ist oder hier irgendwo. Aber das sieht tatsächlich so aus. Mist. Ja, wir werden es, wir werden es ja am Ende sehen. Dann sollten wir jetzt mal anfangen, auch die Kisten zu holen, die weiter weg sind. Der Zivi, wie sieht es mit dem aus? Na, shit, zu spät. Mit dem ist echt zu spät. Mit anderen? Ist er, war ich nicht noch ein Zivi? Ich werde paranoid. War hier nicht einer? Ne, war nicht. Okay. Ja, je nachdem muss ich jetzt halt mal schauen. Also, wenn ich da hinten bei dieser Guard den Moneybag entdecke, dann weiß ich, dass ich da dann im ECM rush hin muss. Weil 23 Taschen kriege ich ja safe weg, ohne irgendwelche Probleme. Oh, bitte lass den Back nicht da drinne sein, das wäre ein bisschen nervig. Dann müsste ich nämlich doch noch ein ECM rush machen und die Geldbeutel perfekt rausbringen. Seht ihr ihn? Da ist er. Gut. Scheiße ist es, aber was soll's. Also wissen wir, dass wir 23 Taschen kriegen erstmal. Beziehungsweise, ähm, 19. Achso, dann soll ich jetzt auch mal hier aufmachen. Ich hoffe, ich habe überhaupt zu viel Platz nach meiner Auflage in der Festplatte. Achso, dann soll ich auch mal hier aufmachen. Nee, wie viel sollten wir... Ja, doch. Nee, wartet. Wir sollten jetzt 19 kriegen, sobald ich dir das Artefakt von draußen geholt hab. Den haben wir, den haben wir dann, ab jetzt hier. Hier dürfte aber nichts mehr können sein, oder? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir jetzt schon alle Taschen haben. Ach nee, doch nochmal Gold, okay. Dann haben wir jetzt aber wirklich alles. Jetzt dürften wir 18 Taschen haben. Nee, Quatsch, jetzt haben wir 17. Nee, jetzt haben wir 18. Da hinten 19. Das heißt, es ist nur aufpassen, dass ich das Artefakt kriege und dann passt das. Geht mir jetzt erst auf. Ich hatte im gesamten Run bisher kein einziges Artefakt gehabt. Das ist ja wirklich sympathisch. Da sehe ich einen der Bauarbeiter. Aber solange sie nicht nach ganz hinten zu uns kommen, brauchen wir uns eigentlich nichts. Da haben wir nichts zu befürchten. Ich glaube, ich habe sehr viel Coke bekommen in diesem Run. Äh, sehr viel Gold. Mehr als sonst. Ich hatte jetzt auch einen Run, bei dem hatte ich, glaube ich, 6 Artefakte oder so. Da habe ich einen krassen Payout bekommen. Und der Typ ist da hinten. Okay. Na, fangen wir jetzt mal ganz einfach an. 1 von 24. Also wie gesagt, auf 23 sollten wir, wenn alles perfekt ist, kommen, bevor wir einen ECM Rush haben. Ja, das ist ein CV. Da gehe ich auch mal ganz kurz hin. Alter, der dürfte nämlich hinten durch den Hintereingang jetzt reingekommen sein. Hier. Rein oder raus? Das ist die... Raus, oder? Ja, raus. Schade. Schade, schade. Aber gut. Machen wir weiter. Ab und zu, die Steuerung-Taste drücken wäre vielleicht auch eine Idee. Ja, guck, sehr schön. Ach, ein paar einen Part der Samurai aber läuft Man merkt vielleicht, dass ich langsam ein wenig fertig bin Aber es ist halt auch ein bisschen anstrengend Ich hoffe nur, dass wir jetzt auch wirklich auf 19 Taschen kommen, ansonsten wäre es ziemlich ungünstig 18 wäre echt scheiße Weil dann weiß ich, dass ich definitiv eine verpasst habe Und da habe ich alles normal abgrasen Aber das Artefakt von draußen habe ich geholt, also wenn, dann ist es im Lager aus, was ich verpasst habe Das berückt mich zumindest etwas Ein Viertel ist durch Und nochmal Geld Zumindest beruhigt es mich, dass das Meer an Taschen da unten nicht weniger zu werden scheint Wir bräuchten jetzt noch mindestens 11 Taschen da unten 10 Taschen Aber bevor ich mir jetzt weiter in Kauf mache Wie gesagt, wir werden gleich sehen, was Sache ist Falls wir 19 kriegen Ist alles perfekt Dann kann ich mich an die letzten Money Wags machen Die uns auch noch fehlen Dann ist das wirklich Fast in Sack und Tüten drin Der ganze Quatsch Untertitelung von Sack und Tüten Untertitelung von Sack und Tüten Untertitelung des ZDF, 2020 Alter, jetzt gespottet zu werden, das wäre somit das dümmste, was mir passieren kann. Von daher lassen wir das mal. Ich glaube, ich werde, sobald ich den Geldsack habe, von der Garte da oben, werde ich einfach komplett vorne rausgehen, weil ich habe ja insgesamt zwei Minuten. Und zwei Minuten mit Geldsack, das ist schon okay. Hälfte haben wir. Kein Risiko eingehen. Nummer 13. Und die Nummer 14. Nummer 15 fällt auf fliegendem Fuße, wie das auch immer heißt. Was, ich glaube, ich habe ein Problem, Leute. Das sieht mir ja nach vier Taschen aus, die da rumliegen. Das heißt, mir fehlt eine. Jetzt wäre Jackart echt nice, damit ich weiß, was ich verpasst habe, weil ansonsten kann es ja sein, ich habe bei den Kisten irgendwas vergessen, was ich aber auch nicht glaube. Wenn mir halt zum Beispiel steht, dass ich ein Coke Bag zu wenig habe, dann würde ich es ja verstehen, weil dann weiß ich auch, wohin. Ob, da fehlt eine Tasche. Also werde ich nochmal alles absuchen und wenn ich da nichts finde, dann werden es wohl doch nur 23 Taschen, obwohl es 24 sein sollten. Ach, Scheibenkleister. Ich werde das jetzt übrigens auch nochmal machen, bevor ich rausgehe, das Geld zu holen. Alles andere wäre ziemlich sinnlos. Ach, Shit. Ja, komm halt, Smallbane, da fehlen trotzdem noch ein paar Taschen. Von fünfen weiß ich, wo sie sind und eine fehlt mir komplett. Toll. Also wie gesagt, den Moneybag, den oben, dürfen wir nicht vergessen. Plus die vier Taschen, die außen sind, kommen wir aber nur auf 23. So. Alles nochmal ganz langsam. Hier ist nix, hier ist nix. Hier oben ist nix, hier ist auch nix. Hier ist nix. Hier ist nix. Und im Keller ist auch nix. Und ich habe gerade Lex des Todes, ey. Samurai-Armor habe ich komplett. Hier ist nix. Hier ist nix, hier ist auch nix. Hier habe ich nix vergessen. Oh, da ist ein Ziphi oben. Aber ich habe ne Kiste vergessen. Natürlich habe ich ne Kiste vergessen. Oh, den Ziphi oben, den stacken wir uns jetzt mal. Aber Leute, wisst ihr, was das bedeutet? Wir haben es so gut wie... Den Ziphi schnecken wir uns jetzt mal ganz, ganz easy weg. Der da vorne am Fenster lauert. Auf der Lauer. Dieser Bauer. Kommt damit auf unsere 19 Taschen, die wir benötigen. Und sind somit in der Lage, den heißt, gleich abzuschließen. Und noch fünf Taschen, vier davon draußen. Das zieht sich sowieso kein Schwein rein. Aber ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir so weit gekommen sind tatsächlich. Ich habe nicht gedacht, dass wir so weit kommen. Oh, tut mir leid. Also hier ist keine. Aber hier dürfte eine sein. Sogar zwei. Das ist toll. Dann sind wir nur noch zwei Taschen von unserem Ziel entfernt. Äh, drei Taschen. Also hier ist gerade echt keiner. Das ist gut. Weil, dann können wir hier hingehen und checken, ob hier eine drin ist. Aber wahrscheinlich nicht. Aber hier sind gerade einige Guards. Ist hier eine Tasche? Nein. In dem anderen Container habe ich ja sogar schon nachgeschaut. Ich muss nur keine hektischen und dummen Fehler machen. Denn ich glaube, wenn wir jetzt Mist machen, dann haben wir ein Problem. Die zwei letzten Taschen dürften sich einmal hier, wenn wir Glück haben, in dem da vorne befinden. Ah, Mist. Wo geht der hin? Der geht weg. Das ist sehr gut. Wenn sie hier drin ist, dann ist das Ding eigentlich quasi durch. Sonst soll ich jetzt noch ein letztes Mal ganz kurz Skill zeigen. Weil dann ist die Tasche nämlich in dem hier, wie ich es befürchtet habe. Aber komm. Auf und rein, dann. Nee, hier kann ich nicht lachen. Kann ich auch nicht lachen. Toll. Aber hier komme ich glaube ich nicht raus, oder? Ja, hier komme ich nicht raus. Egal. Welche Taschen in dem ECM da schmeckt, bringen. Okay. Zeit wird's. 42, also bei 10 ungefähr. Vielleicht anfangen. Oh, fuck. Komm. Oh, fuck. Boom. Gut, das wird's ja jetzt nicht der super safe Escape hier. Aber. Wo kehr's? Hier geht's halt eher darum, dass ich den Scheiß überhaupt noch schaffe. 24 Taschen haben wir das auch noch geschafft. Zwar kein Self-Bonus, aber hier geht's eher darum, den Heiß generell zu schaffen. Gut, das war die PHLS-Playlist. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder. Bis dahin. Haut rein, meine lehrten Freunde. Danke fürs Zuschauen. Tschau.